Hallo und herzlich willkommen liebe Community zu dem zweiten Stream meinerseits. Zu Gast ist heute Abend der liebe Cedric Elsius aus dem wunderschönen Wenzland. Guten Tag. Hallöchen Cedric. Ja, wie schon unter der Woche versprochen, wollen wir heute gemeinsam eine Netatour machen. Cedric ist als offizieller Gast eingeladen, aber es haben sich noch vielleicht die liebe Delfino und die liebe Darkseid, die ja schon letzte Woche beide da waren, angekündigt. Mal schauen, wann die zustoßen werden. Wir sind jetzt erstmal zu zweit, aber was ja noch passieren kann, mal schauen. Wir werden sehen. Ja, Cedric, wir sind beide ausgestattet. Ja, ich stehe ja neben dem Nichtsnutz und bin auch ausgerüstet. Ja, liebe Community, es gibt seit der neuen Version, was ihr noch gar nicht wissen könnt, denn Mojang hat uns ein neues Zeitalter geschenkt. Wir befinden uns nicht mehr in der alten 1.10, sondern hier jetzt in Lapien auf der 1.11. Und dort gibt es zwei neue Dorfbewohner, nämlich den sogenannten Kartografen und den Arbeitslosen oder wie Mojang ihn nennt, den Nichtsnutz. Der steht gemeinsam hier vor uns und er ist sozusagen arbeitslos. Er hat kein Inventar. Ich kann jetzt den Dorfbewohner anklicken, aber wie ihr seht, es passiert nichts. Er ist sozusagen arbeitslos, ein Nichtsnutz und ja, Cedric, bei dir tut sich da auch nichts, richtig? Nö. Okay, ja. Also zwei neue Dorfbewohner, einen Kartografen haben wir noch nicht, aber was ja noch nicht ist, kann ja noch passieren. Genau. Ja. Bevor wir jetzt gemeinsam in den Neta gehen, beziehungsweise überhaupt erstmal das Neta-Portal bauen, schauen wir uns erst einmal gemeinsam an, was so in letzter Zeit passiert ist, wie ihr mitgekriegt habt. Ähm, kamen ja die letzten zwei Tage jetzt keine Videos. Aus Zeitgründen war mir das leider nicht möglich. Deswegen kam nichts. Ich bitte darum Verzeihung, aber ich habe etwas Offscreen weitergebaut. Wie ihr seht, die, naja, die Brauerei hat sich vom Aussehen außen etwas geändert, aber von der Struktur her ist sie gleich geblieben. Sie hat ja nur ein anderes Aussehen bekommen von Sandstein und Ziegelstein. Ich denke, das sieht so ganz gut aus. Oder was meinst du, Cedric? Ja, das hat was auf jeden Fall. Es soll ja alles arabischer Stil sein. Genau. So sieht es aus. Und das ist auf jeden Fall eine gute Kombination aus diesen roten und gelben Elementen, beziehungsweise den Sandstein-Elementen. Ist ja eher so ein bisschen fähig gehalten. Genau. Ich finde, das passt dazu und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ja, werfen wir doch mal einen kleinen Blick ins Innere. Wir haben hier etwas ganz edlen, ganz edlen Boden, nämlich aus Schwarz-Eiche. Mhm. Hier einen Holzboden, einen Eichenboden für den Herrn Meister der Brauerei. Da muss noch eine Einrichtung rein. Mhm. Das versteht sich von selbst. Da können wir wahrscheinlich, vielleicht bauen wir heute nach der Nähte nur noch eine Runde. Mal schauen. Ja, und hier haben wir eigentlich im Grunde genommen den Hauptteil der Brauerei. Hier kommen noch drei große Kästle hin, wo dann das Bier, die verschiedenen Arten der Biere gebraut werden. Mhm. Ja, und dann ist hier außen etwas entstanden. Viel größer als ich selbst eigentlich gedacht habe, aber ich, wie gesagt, ich hatte da ja ein Vorbild von den YouTubern Redaktion Holtex. Vielleicht kennt die einigen, kennen die von euch einige, aber mal schauen. Sag mir nix. Sag dir nichts. Na, kannst du ja mal bei YouTube ein bisschen rumstübert, vielleicht findest du die hier an. Apropos YouTube, ich verlinke jetzt mal oben rechts hier, Infocard, können wir mal reingucken, den Sonnenschein. Könnt ihr mal reinschauen? Da seht ihr auch, wie das Ganze ja angefangen hat. Genau, so ist es. Hier bin ich noch am Bauen, wie ihr seht. Das ist jetzt in den letzten paar Stunden entstanden. Der Cedric, der kennt das schon alles. Der war nämlich schon mal gestern zwischendurch hier, um zu schauen, ob alles funktioniert. Mhm. Genau, und hier unten haben wir jetzt sozusagen den großen Bierkeller. Schön, da kommen dann die Fässer rein. Da kommen dann die großen Fässer rein, wo das Bier gelagert wird. Sehr schön. Genau. Hast du da schon eine eigene Gestaltung, wie du die Fässer baust, oder überlegst du das noch? Ähm, wahrscheinlich werde ich mich da der Ceron-Zordern-Bierfass-Generation aneignen, also diese großen holzernen Fässer hier bauen, wo dann sozusagen ein Werfer oder ein Dispenser einzubringt, ich weiß jetzt gar nicht, wie es sich nennt, reinkommt und darin lagert dann das Bier. Ein Spender kommt da rein. Ein Spender, genau, sowas. Ein Spender, genau. Nee, ein Werfer, ein Werfer. Ein Werfer, genau. Genau, welche Bier sollten hier gebraut werden? Das schauen wir mal. Auf alle Fälle haben sich schon mal der Herr Hauptmann Delfino und natürlich der Zwerg Fassgat angekündigt. Die wollen dann sozusagen bei Eröffnung der Brauerei gleichmäßig ein Zinter... Na, wie sagt man denn? Seltsame Kinder, den... Jetzt komme ich nicht drauf. Wie heißt das denn? Nein, hier die Kippe gießen. Sowas, glaube ich. So hatten sie gesagt. Sie wollen sich das dann mal anschauen bei der Eröffnung. Genau, so ist es. Der Herr Fassgat hat sich auch einen Namen für diese Brauerei ausgedacht, nämlich zum Saufenden Schlot, soll das Gebäude heißen. Ja, ein kleiner, witziger Name. Und ich sehe gerade, dass der liebe Enrico im Chat aufgetaut ist. Hallo, Enrico, sei gegrüßt. Einen schönen vierten Advent wünsche ich dir. Der Stream läuft. Der Stream läuft, ja, ja, ich sehe es. Genau. Wunderbar. Ich habe den Chat auch auf. Genau. Ja, dann würde ich mal sagen, hier oben sieht man halt eben, ist eine Mauer entstanden, sozusagen die Abgrenzung... Der Brauerei. Der Brauerei. Mal schauen, ich wollte auf alle Fälle das Gebäude noch höher ziehen, da kommt noch eine Etage drauf, wo dann sozusagen Verkaufsgespräche stattfinden, wenn jemand Bier kauft und außen vielleicht einen kleinen Biergarten hinzaubern, wo dann Bierverkostungen stattfinden, vielleicht hier so in die Ecke. Würde sich vielleicht ganz gut aneignen, hier in diesem... Unter den großen Eichen, ja, genau. Unter den großen Eichen, genau. Schön schattig. Mit einem kleinen Bierzelt vielleicht. Ja, mal schauen. Ist noch viel zu tun. Noch viel zu tun, genau. Ja, okay, Cedric, ich glaube, hier sind wir soweit durch. Ja, Enrico, ich sehe gerade, ja. Du hast einen Weihnachtsbaum gekauft, das ist schön, es freut mich. Ein Weihnachtsbaum gehört zu Weihnachten. Ja, Cedric, ich würde sagen, dann holen wir mal das Obsidian, damit wir mal den Eta abtauchen können, würde ich vorschlagen, oder? Ja. Machen wir das doch mal. Du warst ja letzte Woche nicht dabei, als wir auf große Höhlentour waren. Und deswegen werde ich dir jetzt erst mal die Mine zeigen. Ich werde erst mal gerade den Wegpunkt einblenden. Höhleneingang, genau. So, ich würde sagen, du folgst mir, aber ich sehe gerade, es wird dunkel. Das heißt, wir legen uns mal gleich hin. Ja, wie ihr seht, wir haben jetzt hier auch Lamas drin. Wo sind sie denn? Da drüben. Auch noch eine kleine Neuerung. Ich habe mal ein bisschen rumgestöbert auf der Welt. Und wir haben hier drei Lamas. Die können nicht gereitet werden, aber man kann sie mit einem Teppich sozusagen verzieren und mit einer Leine hinterher ziehen. Also eine Art Karawane mit Kisten. Sozusagen ganz praktisch. Da ist das dritte Lama, da ist schon ein Teppich drauf, ein weißer Teppich. So sieht das momentan aus im Oper Ceron-Texturen-Paket. Ist ja meines noch Default. Muss auch noch anpassen. Es ist noch im Default, genau. Der ist noch nicht angepasst. Er hat es ja erst nur für die 1.10 rausgehauen. Ähm, aber ansonsten sieht das schon nicht schlecht aus. Mal schauen, was Ceron sich da einfallen lässt. Der Shader heißt Sildo Vibran, glaube ich, ne? Ja, Sildos Vibrant Light Shade. Ich habe die Light-Version, damit nicht das Ganze hier zum Ruckeln kommt. Genau. So, Schlafenszeit. Aber wie ihr seht, es wird jetzt auch angezeigt, ohne den Chat, dass du nur nachts schlafen kannst. Genau, und wenn man, wie war das, wenn man zu weit weg ist, dann wurde doch, glaube ich, auch was angezeigt. Aber nur wenn es schon nachts ist. Du kannst jetzt nicht schlafen, das Bett ist zu weit entfernt. Genau, und jetzt geht's. Ähm, genau. Super. Gut. Enrico, wenn du Lust hast, du kannst gerne zu uns in den Chat kommen. Wir sind nämlich auf dem Ceron, ähm, ähm, TeamSpeak. Und zwar in der Klapse. Genau. Wir befinden uns alle in der Klapse, sozusagen. Okay, dann folgen wir mal, machen wir uns mal nach drüben zur Höhle. Genau. Nicht so unerfährlich. Genau. Folge mir. So. Hast du schon, kannst du schon viele Pferde hier in der Umgebung? Ja, wir haben auch sehr viele Wölfe hier. Also, es ist ein wunderbarer Sieg, den kann ich echt nur empfehlen. Den werde ich natürlich jetzt mal nicht verraten. Noch nicht. Wir haben hier wirklich alles. Wir haben alles hier. Nein, ist er nicht. Der ist schon etwas länger und komplizierter. 1, 2, 3, 4, A. So. Da ist eine Schlucht. Ja, da ist eine Schlucht, das ist richtig. Aber die wollen wir jetzt nicht. Sondern wir gehen jetzt mal nach hier drüben. Das war knapp. So. Okay, Enrico schreibt gerade, er kommt jetzt gleich in den Chat. Äh, nicht in den Chat, in TeamSpeak. Ist ja schon im Chat. Dann sind wir schon mal zu dritt. Sehr schön. Ja, Enrico, wenn du Lust hast, kannst du dann auch noch gleich mit uns auf Netatour gehen. Dann sind wir gleich zu dritt. Kommst du noch hinterher, ist der Trick oder bin ich zu schnell für dich? Ich sehe, ich sehe, ich habe da mit ihm. Lauf voraus. Jetzt, okay. Trompel. Ist das hier schon? Kannst du mal markieren, wenn du willst, das ist nämlich der Höhleneingang. Okay. So, die nehmen wir mal mit, die nehmen wir auch mal mit. Hallöchen. So, den Rekord hat man sonst noch zu stellen. Lauter stellen. Lauter stellen. So, ein Moment. Alle stellen mich lauter. Ja, das ist ja klar, durch OBS wirst du ja leiser gedreht. So, sag mal bitte was. Ja. Okay, das ist laut genug. Okay, wunderbar. So, dann geht es weiter. Enrico, wenn wir gleich wieder in Himmelsstern sind, kannst du, wenn du möchtest, jetzt dazukommen? Ja, wunderbar. Du bist schon da. Ja. Gut, wo bist du denn jetzt gerade? Ähm, ich bin in Himmelsstern. Gut, dann würde ich vorschlagen, du wartest da mal auf uns, bis wir da sind. Ja. Ähm, und dann gebe ich dir gleich ein bisschen Ausrüstung. Wir müssen gerade noch unten, ähm, na wie heißt es denn, das Obsidian rausholen. Ja, ja, mach das. Warten wir, Joten, auf den Set-Track. Genau, schau dich einfach mal in Ruhe um. Oh, hier sind Pfeile. Okay, das ist ja gut. Es ist sehr gut. Ja, ja. Ähm, Cedric. Ja. Ich gebe dir mal die Pfeile und ein paar Schaufeln, okay? Ja. Und dann können wir die mal alle hier unten verdatteln, die hier unten noch so drin sind. So, warte mal. Die kannst du dann auch mit dem Enrico teilen, wenn wir zurück sind. Ja, natürlich doch. Genau. Okay, dann kommen wir mit, weil hier drüben, ups, ist Obsidian. Ich habe jetzt noch eine Eisen-Picke. Aber ich sehe gerade, Strip-Mine-Gänge sind sehr, sehr gut ausgebaut. Ja, das haben wir alles letzte Woche gemacht. So, jetzt hoffen wir mal, dass hier drunter kein, äh, kein, nein. Scheiße. Da muss ich hier so daneben stellen. Oder hast du hier Wasser einmal mit? Nee, ich habe leider kein Wasser einmal dabei. Das ist ja von der Eisen irgendwo. Eisen, Eisen, musst du mal gucken. Ich gucke. So. Jetzt bitte nur nicht reinfallen, tu mir den gefallen. Ich möchte nicht hier den ersten Toten haben. Ich bin nur bei guter Enge. Bist die gute Enge, okay. Nein, boah, nicht reinfallen, ja. Boah, alter. Da ist ja überall Lava drunter. Hätte Wasser einmal mitnehmen sollen. Enrico. Ja. Ähm, guck mal, ob du irgendwo einen Wassereimer findest. Ja. Bei mir. Ich kann es machen. Die richtige? Nein, die falsche. Äh, auch die falsche. So. Ich habe Diamanten gefunden. Diamanten, warte, 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 komm, gib mal her, wo sind sie? Du hast einen Glücksspitzer, ne? Wo sind die? Sind wir her? Ja. Sehr schön, fängt ja gut an der Stream. Der Stream ist, der Stream. Das ist ganz, ganz viele. Warte, ich gehe mal raus, geh. Äh, habe ein Wasser einmal gefunden. Sehr schön. Weißt du, wo die, äh, weißt du, wo die, wo der Höhleneingang ist zu uns? Äh, der Höhleneingang, boah, wo sind wir westwärts gelaufen? Pass mal auf, wir machen das, wir vereinfachen das Ganze mal. Äh, ich teleportiere dich mal mit meinen magischen Kräften zu mir. Ich kann das auch so machen, so, zack. So. Oder so. Enrico. Genau, dann gib mir mal bitte den Wassereimer. Ja. Danke. Der ist mit Wasser gefüllt. Ich habe hier mal so in der Truhe. In den Ofen gemacht. Patrick, kommst du mal bitte mit mir, ihr zwei? Weil ich könnte auch hierfür mal Kracke brauchen. Jo. So, ich würde dann vorschlagen, dass einer mal von euch den Wassereimer nimmt und dann mal Wasser hingießt und ich baue den Stein ab, okay? Ja. So, ich hau den jetzt hier weg. Hier. Gieß schon mal Wasser hin. Hau rein. Äh, da rein jetzt. Ja, zu spät. Äh, ja. Okay. Na, ist doch besser, wenn du jetzt hier an dem Stein, genau, und jetzt stellst du dich dort rein, nee, ich stelle, lass das Wasser da drin. Lass das Wasser da drin und jetzt bau dir einen Block ab. Da geht das nicht verloren, das Obsidian. So mache ich das seit Jahren, das ist ein alter Trick. Genau. Na, wunderbar. Ja. Wie viel brauchen wir denn insgesamt, wie viel waren das? Zehn. Ein minimal zehn, wenn du die Ecken auch noch ausbauen möchtest, dann brauchst du vierzehn. Würde, machen wir vierzehn. Nimm mal das Wasser, bitte gerade weg. Na, nun, jetzt willst du gerade nicht so, wie ich will. Ich drück die ganze Zeit weg. Genau. So, jetzt weiter mal und setz noch mal neu. Ich buddle mich jetzt hier vorne, weil du damit das Wasser nicht aufhört. Warte mal, wir können das Ganze so machen. Äh, ja, genau. Jetzt mal das Wasser an den Steinen dran, warte, oder machen wir es so? Genau. So reicht schon. Muss ich schon wieder was reinstellen, oder? Nein, geht schon so. Oder so. So. Ja, stimmt. Ihr braucht ja ein bisschen Obsidian, um überhaupt das Winterportal zu vorstellen. Genau so war das ja nicht. Jetzt mal das Wasser bitte weg. Ja. So, und setzt das Wasser da mal hin. So, da. Jetzt musst du mal bitte zur Seite gehen, Enrico. Ja. Sehr gut. Ach, das ist die falsche. Wie viel haben wir denn schon? Wir haben zehn. Wir brauchen noch vier. Wie viele sind wir denn bisher? Wie viele schauen denn zu, gerade? Ähm, es schauen, äh, ein Zuschauer. Ja, ich bin es nicht. Das bin ich. Gut, wir sind vierzehn Stück, du kannst das Wasser wieder mitnehmen, dann hauen wir ab von hier unten. Genau. Gleich ein paar Diamanten bei der Gelegenheit gefunden. Wahnsinn. Was will das? Was will das? Das ist mir hier trotzdem Katmann-Wegpunkt, da, hier, das ist mein Wegpunkt, äh, ich hab dir den Chat gesendet, Enrico. Oh, okay. Gut, dann mach die Tür wieder zu und dann gehen wir nach oben. Genau. Äh, Moment, jetzt hat der hier gerade durch die Nehme... Ah, hier. Ha, da geht's rauf. So, jetzt haben wir kein Bett für dich, kann das sein, oder hast du ein Bett? Doch, ich hab ein Bett im Inventor. Oh, gut. Okay. Soll ich den Kruß dir reintun? Nimm den Kruß rein, dass Schwarz-Eichenholz nämlich mit ist, nämlich auch mit. Ja, ich wusste nicht, ob du das noch hast, deswegen. So, Moment gerade. Alles gut. Punkt. Ich hab noch einen Flint, ne? Ich schmeiß den. Ich schmeiß den. Ich schmeiß den. Genau, Abmarsch, weiter geht's drück. Gefällt dir der Shader, weil du eben danach gefragt hast, Enrico? Ja, mir gefällt der eigentlich ganz gut, weil er nicht so hart ist, wie dieser Mr. Meep, den ich drin hab. Ja. Ja. Kann ihn nur empfehlen. Ich glaub, der hat auch ein bisschen, äh, ein bisschen mehr Tau. Leider nicht, äh, hingehört, als du vielleicht den Namen genannt hast, als Shader. Das ist der Sildur's Vibrant Shader Light. Den findest du auch unter dem Video in der Beschreibung. Okay, gut, dann. Kannst du einfach mal den Namen eingeben und dann findest du das Ganze. Ich glaub, Ceron hat den doch auch mal verwendet. Der hat den Shokepik. Der hat den Shokepik 13 V5 Light. Keine Ahnung, ich bin kein Shader-Experte, okay. Der frisst meiner Meinung nach aber mehr Speicher als der hier. Ja, frisst er auch. Deswegen, deswegen hab ich mich für den hier entschieden. Ja gut, ich hab jetzt den Mr. Meep gerade drin. Wir werden mal gleich sehen, wie das dann im Nähter aussieht. Denn ich war noch nicht im Nähter. Der Nähter ist noch überhaupt nicht angetastet. Deswegen werden wir mal gleich sehen, wie das Ganze aussieht. So, jetzt tue ich erstmal die Diamanten weg, bevor ich da reingehe. Es versteht sich. Wie viel hast du denn rausbekommen? Warte. Das waren ja sechs. Sechs Stück, ja. Ja, nächstes Wochenende wird wahrscheinlich wieder gestreamt. Das steht fest. Ich werde es wahrscheinlich nicht immer Sonntag streamen oder einen langen Sonntag machen. Aber wahrscheinlich nicht fest, sondern einfach wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Es wird wahrscheinlich... Also, ich möchte es versuchen. Jedenfalls, ob das immer so werden wird, das weiß ich nicht. Es wird langsam, na? Nee, das kann man ja nicht vorhersehen. Es wird nacht? Ja. Okay, legen wir uns hin. Geht noch nicht? Es geht. Jetzt mach ich mal gleich, jetzt mach ich jetzt mal gleich den ganzen Chat. Du guckst da aber ganz schön schief. Du liegst aber ganz schön schief, du deinen Schein. So. So ein Schein, ja, mein ich doch. Ich weiß, der und verwechselt mich auch schon permanent. Vor allem, weil der Ort jetzt Himmelsstamm heißt, ne? Ja, ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ja, ja. Noch mehr Verwirrung. Genau. Wenn man, wenn ich an Himmelsstern denke, muss ich auch gleich an Sternsingen denken. War es auch nicht irgendwie. So, das machen wir mal aus. Für mich haben die Namen beide mit Weihnachten zu tun. Genau, jetzt schauen wir mal. Okay, ich hab hier noch Kruz. Moment mal, ich muss den Kruz erst loswerden. Ich geb euch mal hier, wartet mal, ich geb euch mal hier den ganzen Coverstone, den brauchen wir nämlich gleich. So, den könnt ihr schon mal nehmen. Ähm, Cedric, ich glaub, ich hab dir zwei Bogen gegeben, kann das sein? Zwei Bögen. Ja, einen abgeben. Kann, hab ich verstanden, zwei Bohnen. Da ist man gerade, gerade einsortieren, wo war denn die Steintroh da? Genau, und Holz war da. Genau, und hier, ähm, hier ist noch eine Steinspitzhacke, bitte. Weitere mal, hab ich hier noch eine drinne? Ich hab da noch ganz viele. Die könnt ihr mal grundsätzlich hier kaputt machen, weil die brauchen wir nicht mehr, also die könnt ihr ruhig zerdeppern. Brauchen wir alles nicht. Äh, den Wassereimer jetzt wieder zurücktüren? Den Wassereimer gibst du mir, bitte. Ja, aber... Ich hab da wieder rein, so, dann mal den Helm auf. Ach, da ist noch Eisen. Ich hab eine Eisenball, du hast mir vor uns vier gegeben. Ah, okay, good. So, jetzt brauchen wir noch das Feuerzeug. Ich hab noch... Ich hab einen Flint, auf jeden Fall. Wenn du mir das ein Eisen wiedergibst, kann ich ein Feuerzeug machen, aber... Ich hab eins. So, ich setz das... ich bin immer ein Ort an oder ein Ort weil wir brauchen noch gebrauchen noch weiß holz wir brauchen noch holz M kann einer mal von euch in heute zwei Holzblatter machen bitte bei Holzblatter genannten Holzblatter bitte ich baue das mal unten auf weil ich möchte das Portal abzunehmen aus welchen Holz denn? aus welchen egal mach irgendwie ach guten Tag Herr Goldener Zombie ich weiß es nicht war das denn jetzt wo ist denn der explodiert? so wie ihr seht mein Schwert hat sich deutlich verbessert denn ich habe jetzt hier Bann auch drauf da ist so einiges hier unten bei mir hier unten bei mir so wie ihr seht das hat einiges Bann wird nicht mehr angezeigt leider weil nein nicht so viel angezeigt wird boah jetzt muss ich mal kurz was essen das Ding war treibt breit stimmt's richtig äh ne 4 das hast du richtig ja so wie hoch war das ganze noch ein noch ein ja genau so jetzt sichern wir das ganze erstmal bitte ab dass da keiner reingeht so mach da mal die zwei Holzblatter rein so ich hole mal noch oben den restlichen Zaun genau genau man weiß ja nie worauf die ganzen äh Dorfbewohner so kommen ui ui vermetzelst du ruhig ja haha schießt dir ins Ohr sattig haha aber ha ich bin ein Igel die verzauberungslevel die ihr kriegt die könnte dann später in Büchern umsetzen jo 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 das kommt gleich einen Moment so auf jeden Fall Holz mit äh ein bisschen nehme ich mit da können wir ein paar Drohnen machen ah ja gut das ist eine gute Idee wie viel mach mal mach mal nimmer so viel Holz mit für eine Doppeltruhe ich hab eine Doppeltruhe ich kann nochmal eine Werkbank machen zack ne Werkbank nicht na gut okay ich hab hier noch eine Droh guck mal mich hier hingeschmissen was ist denn was ist wohl drin aber das ist auch so groß 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 so einfach rein mit der Kurs das sind die ich denn später alles aus kann man jetzt noch genau normaler der Werkbank vielleicht oder was hat man dann ich nehme auch noch mal Holz ist die Gießen mitgenommen was die Gäste das ist ja nimm dir ruhig essen mit in Riku ich hab genug da ist kein Problem ja okay dann will ich sagen gehen wir mal runter jetzt oh da hört's auf die in goldener Rüstung sieht cool aus noch einer in goldener Rüstung so oh der hat goldene Stiefel getroppt sehr gut Achtung helft dir hier mal und tschüss so und tschüss goldene Stiefel geil okay Jungs dann machen wir uns mal rein oder ach so wollen wir nicht noch warten bis wir schlafen können oder ja können wir auch machen äh ist aber grad 12 Uhr ja gut dann können wir auch reingehen also ja da ist uns doch reingekommen da ist uns reingekommen wollen wir die Betten trotzdem hier draußen lassen weil die brauchen da drinnen nicht ja dann stellen wir die mal da hin korrekt genau so okay dann mal rein jetzt Jungs so macht mal zu das Ding ich zünde an ich geh dann vor in Ordnung du hast die ehrenvolle Aufgabe so Freunde dann wollen wir mal ins andere Universum wir müssen noch tiefer aber du bist noch bei uns was denn jetzt los jetzt wow ich wollte grad sagen hast du den Neta dich eingeschaltet ja das wollte ich auch grad schon sagen jetzt ist mal die kurze Frage was ich von seitens der Leute im Chat wissen müsste ob es zu dunkel ist wenn ja dann mach ich den Shader jetzt aus weil es ist wirklich dunkel ähm ich muss nur mal kurz warten ich sehs gleich so einen Moment ich setz mal ich setz mal hier einen neuen neuen Wegpunkt ähm Himmelstern Portal ich würd euch auch empfehlen setzt hier ein Portal äh Wegpunkt weißt du äh Wegpunkt weißt du äh Wegpunkt weißt du ja klar da da ist ja da ist viel zu dunkel viel zu dunkel okay dann mach ich den Shader raus ja das ist keinen Sinn Shader aus jetzt siehst du auch wie der Shader heißt jetzt siehst du das nämlich bei mir Enrico wenn du den später nochmal den Streamer anschaust ja wenn ich dann mach da steht der explizite Name drin ne netter Portal so genau jetzt ist der aus gut wählpunkt ist gesetzlich oh ja wir haben ganz anders gleich so ein Moment Jungs ähm wo ist der Cobblestone bevor wir jetzt losziehen erstmal das Portal sichern ja aber ich schätze mal Cedric hat ja auch ein paar Stacks dann wird es so gut ähm er macht das ganze jetzt mal sicher mal das ganze großzügig ab Jo das war auch innen drin Platz für ein paar Drohnen haben und den ganzen Kram so der erste Quarz ist abgebaut und sehe ich schon mach mal Blöcke ja die holen wir auf alle Fälle auch mit das ist ganz klar die bleiben nicht drinne so ich mach jetzt mal gerade den Scherder auch aus würde ich dich empfehlen hier weil das ist um es dann ist macht es glaube ich noch dunkler ja mal gespannt ob meine Niederfestung finden hoffe es doch jedenfalls komm ich mal gerade ein bisschen hier um so um ach so hier zack wow wir haben wir ganz schön ganz schön viel Lava meine Haupttante ist jetzt heute mal links so wir müssen es aber noch drauf ein dass wir irgendwo mal eine Mauer reinhauen irgendeine Tür reinhauen das ist gut äh Mauer wo sag ich Mauer Tür äh vielleicht hier an das Seite rein ja hier so vielleicht doch als Tür so wo auch da also ich werde das definitiv nicht ausbauen hier drinnen denn das bringt überhaupt nichts hier drinnen irgendwas zu bauen hat gar keinen Sinn denn der wird immer wieder aktualisiert das hat also gar keinen Sinn siehst du das jetzt eigentlich dass ich als Haupttante links ausgewählt hab so nen Schein müsste ja eigentlich Haupttante wo hast du sorry soll ich die Moos verzogen äh Haupttante links ja das seh ich gut ach warum hast du das gemacht naja einfach mal heute ausprobieren wie das so funktioniert Enrico äh Sello ach Sello ach Sello ach Sello wie auch immer ja ich meinte aber Zedrick Zedrick kannst du mal den Koppelstommer abgeben einen Teil davon dann helf ich mal mit dir sonst geht das nicht vorwärts äh ich hab nur noch 40 Enrico auch noch mehr Na Enrico dann Homa rein ja einfach hochbauen gut einfach hochbauen ich glaube ich Homa noch Nachschub oder ja ja müssen wir irgendwie noch eine Decke drauf bekommen das ist voll ungewohnt mit der linken Hand ach ja zerstell das wiederum nö ich will vielleicht gewöhn ich mich ja dran ja zack hier ist der Eingang noch eins hoch oder ja wir können dann noch ein bisschen höher gehen ja macht einfach mal hoch damit wir das ganze hier dicht haben wenn er da ist ich bringe genügend mit ja ja ah wer hat ihn mir um die Fackel hingestellt ich auszusehen ja kein Ding ich mach jetzt mal hier den Eingang nee hier haben wir schon Eingang ich hätte den aber gern lieber zentral zum so oder so na wir haben ja an der Seite eingeführt in der Mauer Seite zack zack hier hier habe ich was mitgebracht so ja jetzt sollte es mal reichen oder? jaja äh ich tue am besten mal eine Doppelthronen schön ja hau mal hier Doppelthronen hin damit wir dann auch ablagern können nachher ja ich denke das ist wichtig zack so am besten auch schon mal das Zeug so rein das Problem ist ich habe leider keine Glücksspitzarke momentan das ist das Problem das ist ja jetzt nicht lebensnotwendig oder? ja gut man hätte dann mehr rausgekriegt aus dem Ganzen aber da ich habe leider kein Dorfbewohner mit Glück und die das ist glaube ich hoch genug Jungs wenn da glaube ich jetzt so da drüber ziehen wir haben doch noch ich habe noch ein bisschen ich habe auch noch genügend okay mach mal noch ein bisschen warum nicht? das muss man von weitem noch sehen genau ich mache mal einen richtigen Steinboden okay? wenn wir immer was haben wenn wir immer was haben ordentlichen Untergrund also wie gesagt die heutige Stream dient dazu dass wir halt eben ordentlich Rohstoffe aus dem Nähter rauszuhören also ordentlich Nähterquartz in den ganzen Kran ja ich habe noch baum ist jetzt ja nicht zu wir brauchen einiges damit wir auch ein paar Materialien zum Bauen haben warum ist jetzt nicht zu? und ja mal schauen ja es sind eh die letzten Steine die ich habe ja wenn euch das Material also das Werkzeug meine ich ausgehen sollte dann sagt er mir mal Bescheid dann besorge ich neues okay jo gut mein Stein ist auch gebraucht wow hier guck mal her hier habe ich noch was jo helfe ich du machst hier unten zu und ich gehe oh so reicht so können ja eh nicht mehr weit hoch genau hier unten müssten mal noch drei Koppelstone rein ja deswegen aber kann ich noch das Ende zu machen so machen wir mal dicht zack 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 so ich mach da jetzt mal raus gleich ein paar mehr Drohnen hier weil wir werden ordentlich schüffeln denke ich mal so wie das letztes Wochenende abgelaufen ist mache ich jetzt lieber gleich mehr Drohnen und dann ist es dieses mal vorher wenig das wärs und wenn es so ist dann ist es halt ebenso das ist ja kein Weltuntergang so so lieber mehr Drohnen als zu wenig so praktisch so gut spring ich runter da was deckt mich unter da ich das sei doch genau noch leidlich ob auch nicht mehr ach so stimmt ja auch der blogger und kann springen damals das nao das sollte aber es erreichen das ist zu genug da ich nehme mal noch ne habt ihr noch holz ich habe das in der handruhe getan holz ich habe kein holz nein gut ich tue da holz rein so hier ist eine schaufel wer so braucht genau holz wunderbar gut leuchten wir mal hier drinnen noch ein bisschen auswürdig vorschlagen naja da genau okay jetzt bräuchten man jetzt hole ich mal gerade eben mal noch was von von himmel sternen zwar nicht verheißen türen macht das habt ihr euch im wegpunkt gesetzt ja das war gerade nacht raus nämlich gerade hingelegt da kommen wir doch auch näher das hast du schon so um die eisendruhe eisend da und jetzt kommen wir noch Druckplatten habe ich da noch welche aufgeladen druckplatten ja ich habe noch welche sehr gut wochen nur zwei genau okay dann komme ich zu euch und dann geht's los ich freu mir nacht Genau Wenn man schon eine kleine Rundum schaue Ob hier irgendwo in der Festung oder in der Nähe ist Aber so weit sehe ich nix So Haben wir noch Holz? Ganz wenig Ich bräuchte mal gerade ein bisschen Holz Ich hab sieben Holz im Inventar Dann gib mir mal gerade bitte etwas Weil ich muss mal zwei Knöpfe herstellen Ja Hab ich mich vergessen Weiß gleich die Druckblatt mit weg Komm, reiß gleich mit weg Ja, Moment Dann ist es auch erledigt Zack So, und du machst mir bitte mal die Tür wieder auf Ach, was mache ich denn? Ich Idiot Ich setze auch noch Ich setze auch noch die Knöpfe nach innen Sehr gut Da sieht man mal wieder meine Survival-Erfahrung Die ist demnächst gottenschlecht Bei mir ist er auch relativ gering, so anscheinend von daher So, hier ist dein Holz wieder und das wieder Und schau mal hier Waren wir auch gleich in einem Ja, wenn wir einmal jetzt dabei sind So Wunderbar Sehr gut Genau Gut Okay, wo seid ihr denn? Wer ist denn hier rein? Ist hier jemand rein? Jo, das ist so ein Nebengang Der Trick? Ja Ach hier Ich bin außerordentlich Bist du denn hin? Ich bin außerordentlich Ich bin außerordentlich Nee, der Kram hier ab Ja, ich habe auch schon ein bisschen Netterquass-Abbrot gehabt Oh, soll ich mal die Faggles setzen, ja? Moment Ähm Jo, ich habe ja noch eine Behutsamkeit Und passt auf, dass man nicht auf die Auf die Schweinchen hier einschlägt Ja Sonst gibt's Dudu Oh, ich stelle ja mal so einen Wegpunkt hin Das ist eine gute Idee, ja Mit einer Faggle in die Richtung, wo das Ziel ist Sehr gute Idee Okay Ähm, sollen wir auch hier diesen Sehensand abbauen? Ja, alles Ja, auch Oh Alles 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 doppelt und dreifach Zack Das ist ja, dass man eine ungewohne Gewinnung hier Die ganze Zeit mit Steinspitzsacken umzuhören Ja, ja, wenn die vorbei sind, dann gibt's richtiges Werkzeug Ich wollte nur, dass die verbraten sind Damit ihr nicht weit in der Kiste rumlungern, versteht ihr? Ja Und da unten sind auch schon die Magma-Blöcke, an die ich auch ran will Oh, 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 shit, 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 lava breitet sich aus Oh, 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 oh Sollen wir mal gucken, wie wollen die Lava-Blöcke ran kommen Wie war das, wenn man schleicht, kriegt man keinen Schaden, korrekt? Das ist korrekt, ja Ja Doch, Cedric, du hast doch Erde dabei Kannst du uns einen Weg darüber bauen? Hier rüber, schau mal Gut, ich hab auch Stein dabei, von daher Ja, oder das hier rüber, so auf den Weg, da siehst du das? Ja, wunderbar Oder so Aber wobei, den wir eigentlich brauchen noch Also wir bauen nicht zu viel von dem Kram Na gut, mach mal hier Ich mach mal drei breiten Wege oder zwei breit Sonst fährt man ja gleich runter Dann kannst du abwärts bauen Bis drüben Ja, mehr Blöcke hab ich nicht Dann nimm Erde Die brauchen wir, ja Zack Brauchen wir einfach von hier So, wie war das, wie braucht man die Dinger denn jetzt ab hier? Mit Spitze, uh, das geht ja ganz einfach Oh, ja So, ich lass euch das mal gerade abbauen Da ist Lava vielleicht auch runter, seid bloß vorsichtig Ja Ja, ich mach hier oben grad mal die Bücke, was Sicherer Soll ich dir mal zuwerfen, oder? Ja, werfen wir die mal zu Ich sammle das ganze Gute zurück bei mir im Inventar Zack Irgendwas muss der Stein ja schließlich in meinem Inventar auch gut sein Genau So, mal gucken, wo geht's denn jetzt? Irgendwo muss doch mal ne Neterfestung auch sein Ja, die wird sicherlich noch kommen Genau Ich glaub, bei uns der Trick ist die ja auch nicht ganz so nah, die wir damals gefunden haben Ja, Ewigkeit weg Ja Und 400, 500 Block Ja Hui, heiliger Bim Bam Heiliger Makrele Äh, habt ihr auch überlegt, wie man dann wieder raufkommt auf die Brücke, dann später wieder zurück Ja, deswegen meinte ich, er sollte mit Erde den Weg nach oben bauen Warum mit Erde? Ja, oder mit anderen Stoffen, wie auch immer Gut, dann kann ich die mich mal gerade nach oben gehen So, jetzt haben wir, ich habe jetzt schon zweieinhalb Stacks von dem Zeug hier Wollte erst mal reichen Guckst du da? Ah, du kriegst ganz schön schnell Schaden von den Magma Blöcken So Baust du mit Treppen an, Riko, oder? Hast du da? Was? Was ist? Warst du mit Treppen? Ja, kann ich, mache ich auch gleich noch Doppelt und dreifach sicher bauen So Lieber etwas sicherer, als später tot zu sein Genau So Oh, ich höre einen Garst Hast du eine Behutsamkeit? Ich würde sagen, der ist auf der anderen Seite, der kommt jetzt von rum Ja, ich habe Behutsamkeit Ich habe, ich habe Behutsamkeit Hab ich Der ist bei mir jetzt Ach, ihr seid ja schon viel weiter als ich Ich bin noch an der Brücke Wow Ich höre es, da ist Oh ja, der hat mich gerade getroffen, aber kein Herzabzug So, komm mal her, komm mal her Komm mal her, ja Komm mal her Macht man das mit dem Trick zum Upcenter, geht das nicht? Ja, ja Na, fokussiere mich doch mal Kommt Ah, er hat sie auf mich Nein, er will nicht auf mich Er hat dich im Fokus Aber die Truffi habe ich trotzdem nicht gekriegt Na, weiter vor, was war ich nicht noch? Es fehlt bei dir Bitte was? Da fehlt noch ein Erfolg bei dir zuvor Ach so, da war ja was Ich habe mal eine Gastrinne gekriegt, die brauchen wir nämlich auch So, die Diamant-Schwitzel Ja, die neue Höhe, hier die Nanete-Musik, die sieht jetzt schön abenteuerlich und spannend Hast du die im Hintergrund an, oder wie? Kann ich ja auch mal einstellen, die Musik hier Ja, kann ich auch mal ein bisschen anmachen Wenn ich es nicht kratzele Also, die wird kurze Zeit mal ein bisschen lauter Aber eigentlich hat jemand schon mal wieder auf den Chat geguckt Ja, ich schaue da die ganze Zeit drauf, oder hat sich bisher nichts getan Genau Am besten, äh, nicht so riskant abbauen So Ich mache mir hier wieder eine Markierung in Ja, mach mal eine Markierung wieder, genau Zack Gut, die Brücke ist fertig Oh, was sehe ich Sehe ich da etwa? Hast du eine Festung gefunden? So, ach dein Boah, Alter Hast du, hast du, hast du Alter, warum Na, warte, mein Freund Was hast du denn gefunden? Ach, ihr habt gehasst Wo ist er? Der ist von mir plötzlich unsichtbar Äh, ich sehe den nicht Ich sehe den auch nicht auf der Minimap Ach, da ist er ja Oh, Scheiße Jetzt ist er wieder weg Na, Herr Gast Na, Herr Gast Na Und tschüss Genau, zurück zum Absender Wunderbar Super Jo Vielleicht hast du den Erfolg nicht bekommen, weil ich den zurückgeschickt habe Ach so, wahrscheinlich deswegen, ja Seht ihr mich noch? Ja, ihr seid hinter mir Ja Oh ja, jetzt höre ich die Neter Musik mal Cool Die kenne ich noch gar nicht Die ist richtig gut Hier gibt's halt da 1, 8 Zack Zack Leveln wir mal wieder ein bisschen Können wir ja, naja, vielleicht ein bisschen was verzaubern Wo ist der letzte Punkt? Dann mal hier oben wieder drauf 1, 2, 3 Und eine Ferkel auf die Seite Ne, ja Ich folge einfach mal den Weg bei Oh, jetzt wird die Musik aber sehr laut Moment Ja Also ich hab's auf 28 gestellt Ja, ich hab's immer runtergedreht Ich hätte nicht gedacht, dass die jetzt so laut wird auf einmal Also ich höre noch keine Musik Oh, die kommt mit der Zeit Äh, was wir nicht vergessen dürfen Ist Closedone Ganz, ganz wichtig Jo, ich muss erst mal wieder bei euch sein, bevor ich hier um Derrick, wo bist du? Nicht bei dir, du bist schon wieder vorausgerannt Ich bin bei dem Rekord Hier ist ein Wegbeißer Ah, äh, nein Kommen wir zurück zu euch Oh wie, ich seh kein Ich seh dich nicht, Cedric Hinter dir Ah, da hinten Ach, da war irgendwo da, ist der Dreck Und da ist Enrico Wunderbar Ey, Sunshine Hä? Wissen, komm mal kurz rüber Eben Ich wetten, du traust dir dort unten drunter die, äh, die Kloster und Blasen abzubauen Wenn du mir das, wenn du mir Erde und Cobblestone gibst, dann ja Ja Also ich würde das nicht machen Also ich würde zwar machen, aber jetzt nicht Komm Nene Kein Problem, brauchst du eine Brücke und dann baust du es ab Hallo, da liegt Stein Oh, ach da Ja, du bist gerade eilig weggerannt Also ich würde das nicht machen, weil meine Shift-Taste hängt, deswegen Ja gut Ja gut Wenn deine So Mal gerade gucken, wie wir dahin kommen am besten Ich baue noch mal ein paar was von den Magma-Blocken ab Jetzt bitte mich nicht runter und tu mir den Gefallen Nein, nein So, kommt ihr mit? Ey Ja, wir kommen Ich komme gleich Baue ich hier nur noch eben die Magma-Blocken ab So Oh Warte, schauen wir, wohin wir sind da lang Oh, die ganze Zeit die Shift-Taste zu drücken, das ist voll anstrengend Och, das geht eigentlich Naja So, ein Spider-Stack ist voll wunderbar So 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 Vielleicht das ganze immer etwas ausbauen, wenn ihr wollt Ja, genau, dann kann da nämlich auch niemand runterfallen Unten der Fuß von diesem Glowstone sieht irgendwie so ein bisschen aus von dem Creeper, so unten die Ja So So Ah, ein Rekro, Achtung Entschuldigung, Achtung Ah Ah, zack Ja, aber nach oben ist doch kein Problem Ähm Ähm, Enrico, stopp mal Enrico, baue erstmal eine Plattform, das ganze Zeug fällt runter Ja, das habe ich auch gerade gesehen Ja, ja, ich, äh, pass schon auf Bau doch einfach eine Plattform Dann baue ich mich halt um zu dem Quarz, wenn ihr da das Kloster abbaut So, ups Gut, unten ist ja eine Plattform drunter, dann kann ich die runterwerfen So So Also macht das keinen Sinn Gut, okay, haben wir doch schon mal was Jo Genau So Will ich mal sagen, gehen wir mal jetzt in die Richtung hier weiter Hm Hm Mal gucken, ob wir heute noch eine Festung finden Ich denke schon, aber Ich hoffe es doch jedenfalls Ich hoffe es doch Mhm Diesmal baue ich dann nicht diesen Spawner ab, Cedric Ne, bitte nicht die Spawner abbauen, tut mir den gefallen Ja, beim letzten Mal ist mir das aus Versehen passiert, als ich mit Cedric in den Meter war Lang ist es ja so Ich glaube, wir müssen nach oben, oder wir müssten uns jetzt eine Riesenbrücke bauen Nach oben, ja Kann sein Mhm Gerade, dass es keine Eisenboote gibt, sonst könnte man über die Lava-Meere fahren Ich glaube, da würde der dahinter wegschmelzen Wenn das Eisenboote wären Ja, stimmt, Eisen, äh, was, gibt es irgendein Material in der Nähe? Du bräuchtes Obsidien Ja, Obsidienboote Obsidien, genau, Obsidienboote Stimmt Eine Idee wäre es ja wenigstens Aus wie Bienenwarten von Weitem, diese Blöcke Ja, die gibt es ja in Live in der Woods, genau Ich höre ein Gast Ja, ich auch, ich sehe ihn aber nicht auf der Karte, warum auch immer Lass das Baby weinen Da ist eine Spitzhage kaputt, ist das richtig? Ja, das war bei mir Ich brauche erstmal die ganzen Spitzhagen ab Auf So Bin mal absichtlich runtergegangen, um jetzt mehr zu sehen Oh ja Sollen wir jetzt nach oben gehen, oder? Äh, hier unten ist nix Also Ah, was seh ich denn da? Da? Da ist Closedown Dann geh ich einfach mal nach oben Ah, schön, netter Quarz Äh, in wem ist jetzt gerade die Steinschutzhacke? Ähm, ja Das war die Eisenschutzhage, ob die abwechselnd benutzt Zack, zack Wir müssen aber irgendwann mal auch oben ankommen, mein Gott Äh, meine kurze Frage, wo seid ihr denn jetzt? Wir sind jetzt ganz andere Wege gegangen, oder? Ja, du bist einfach runtergesprungen Ja, und wir graben, also ich grabe mich zumindest nach oben Ich, na, ich grabe mich nach unten, so Den anderen Bäh, ich brenne gerade Weil sich Lava nach unten ausbreitet und wiederbelebenscheiße Naja Äh, toll Blecht Hast du irgendwie Sachen, die dort noch umoxidieren bei dir? Ja, einiges Hier kommt schon was Ach, du Scheiße Scheiße, Scheiße Zombies Jo Zombies, Scheiße Oh Oh Oh, 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 oh Gleich ne ganze Horde Teleportiert mich mal, bitte Ich wollte nicht schon wieder sterben Kleinen Moment Hier eine Netafestung Eine Mini-Zombie Shit, schon wieder Ach, da bin ich schon wieder Netafest Ach So So Bauen wir doch mal Irgendwann muss doch mal hier eine Netafestung kommen Grenner einfach querschräg durch den Wald Lars, Steve, okay, ich bin anscheinend wo ganz weit weg Da ist noch was für dann So, ich bin wieder da Jo So, ich Ich bin jetzt hier irgendwo im Wald, keine Ahnung Ich bin beim Spawn Oh, ich versuche jetzt an deine Sachen zu kommen, Henrico Jo, und was soll ich jetzt machen? Bist du tot? Ja, ich bin ja gestorben, hab ich doch gesagt Oh, das ist bei mir nicht angekommen Das liegt auch daran, dass Cedric, Cedric, mach keinen Scheiß hier Jungs, verliert jetzt nicht das ganze Material Nein, nein, nein Ich verliere kein Material Ich hab nur vergessen, dass es hier nach unten geht Mach mir in der Zeit mal kurz Ich mach mir jetzt hier eine Treppe Und die Treppe nach oben Und Ah Zack Zack, zack, zack Ah ja, hier ist auch noch ein netter Quarz Sehr schön Wenn jetzt meine Wegpunkte nicht mehr fragt, wie krass stehe ich nicht Ich hab noch viele Sachen von dir einsammeln können Und liegen auch deine ganzen Rüstungsteile Aber ich kann nicht alles einsammeln Du hast zwei Holzdruckplatten mit, die brauchst du nicht unbedingt, oder? Nee Pass mal auf, wir können das ganze auch anders machen Zack Den Kloster kann ich ja schon mal vervielfältigen, ne? Also in Blöcke verwandeln Ah, sehr wunderbar Ja Enrico, ich neben mir ist Lava Geh mir dann nach vorne, danke Jo Gibt's da eine Detainigans, wo mal eine Eine Netterfestung ist Äh, Enrico Ja Komm mal mit hier lang Ich hab mir einen Weg nach unten gebaut Wunderbar So Stell dich mal vor mich Ja Moment Ich muss das mal ganz nach unten So Äh, Rüstungsteile müsstest du jetzt eingesammelt haben Äh, ja Die Eisenstiefel hab ich eingesammelt Genau Dann geb ich den mal Du hattest ja die ganzen Schaufeln Genau Du hattest das Und das 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 Dann hattest du, äh, auf jeden Fall Das 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 So, ich komm mal, glaub ich, zu Euch Ja Das Stell dich mal bitte so hin, dass ich nicht sterbe Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich Hab ich Gut Okay, wunderbar Ja, wo die Lava runterkommt, da ist Enrico oben gestorben Ich verstehe So, hier müssen wir auch wieder hoch Ich setz mir am besten hier mal Zack Es hat nicht zufälligerweise jemand Eisen dabei Nein Oh, 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 okay Kann dir aber Stein anbieten Ja, ne, Stein hab ich selber Bist du so lang gelaufen? Geh am besten vor Okay, also ich baue jetzt erstmal nichts mehr ab Ach, da lang? Ne, ne, ich bin wohl ganz anders gewesen Wir sind, ich weiß jetzt gar nicht, wo sind wir denn jetzt momentan? Na, hier lang bist du gegangen Ach so, jetzt weiß ich wieder wo wir sind Okay, 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 dann kommt man mit Warte mal, warte mal, hier So, zack Allerdings habe ich bisher noch keinen Neterfestung gefunden Da hätten wir auch nichts Nur, dass ihr das wisst Hm? Hier ist nichts Hier ist nichts Da bin ich lang Genau, hier bin ich lang Ach, hier ist auch noch was schön Davon kann ich Davon kann man nie genug haben Ja, ich kenne es, wie gesagt, leider nichts abbauen Warum? Hast du keine Spitzhacke? Ne Ach so, doch, Steinspitzhacke stimmt Ja, du kannst ja was abbauen Dauert ja nur ewig, aber du kannst Ja, genau So, jetzt geht's hier, hier bin ich weitergegangen, genau Hier hinten lang Ach so, ich bin ja bei Cedric, äh So, ich weiter mal auf euch Uhu Hier drüben Geht mal zum Feuer Ja Ist überall Feuer, ach da Ah, da ist er Genau Ah, jetzt sitzt bei mir die Neter Musik ein, cool Überall versperrt uns die Lava den Weg Sind wir denn eigentlich, wo sind wir denn eigentlich, auf welcher Höhe wird das einem hier angezeigt? Äh, 44 Auf welcher Höhe findet man denn Neter fest? Gibt es da eine spezielle Vorgabe, ne, oder? Äh, ne Die sind eben, mal auf die Anhöhe mache ich immer so eine Erdpumpel Sieht man den anderen noch? Ja Musst ihr dann eben nur merken, Sonnschein, dass die Fackeln zum Neter Portal zeigen, ne? Ist mir schon klar und ich habe ja den Punkt markiert und wenn wir, wir kommen auf alle Fälle zurück, mache ich dann mal keine Sorgen Und wenn wir uns da irgendwelcher magischen Kräfte bedienen müssen Ahem Jo, das war die letzte Steinspitze Brauche dringend steil Warte mal, ich habe glaube ich noch Ne Steinspitze hier Komma hoch, am besten in Rico Ah, da oben so Mal mal schauen, wir sind schon ganz schön, ganz schön weit weg Das noch zwei Steinspitze Liederfestungen werden aber einen nicht angezeigt auf die Minimap, oder? Ja, ja Ne, ne, die werden eben nur angezeigt hier, dass sie da sind Also so mit etwas dunkleren Stein, nicht so der rote hier, sondern etwas dunkler Wenn du weißt, was ich mache Ja, aber ich glaube, wir sind jetzt in die falsche Richtung gelaufen Ne, sind wir nicht Da drüben ist oder da Ach, da steht Warte mal Wenn mich was angreifen sollte, seid mir einfach Bescheid Und ich bin mich gerade auf der Minimap tätig Jo Momentan nicht, danke So, wir müssen mal da durch Gehen wir mal hier durch Okay, ich baue mich mal rüber in Rico Du kannst das gerne verbreitern, wenn du möchtest Ja Einfach mal jetzt hier durch Dann wollen wir mal woanders hin kommen Die erste Stunde haben wir geschafft, Sonja Die erste Stunde schon rum, ach du meine Güte, wir haben noch nicht geschafft Eine Stunde, eine Minute Also ich würde sagen, wir machen mal Um viertel nach sieben mal eine kurze Pause Denn ich muss mir noch was zu trinken holen Jo Dann könnt ihr mal kurz auf Toilette gehen, wenn ihr wollt Oder euch auch was zu trinken holen Und dann mal eine kurze Pause Genau Denn ich möchte das nicht wie beim letzten Mal so durchziehen So drei Stunden ohne Pause Das waren wir dann doch ein bisschen zu hart Ja, das ist nicht gerade immer gut, ja Kommt ihr noch hinterher? Ja, 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 ja Die ratschen gerade durch den Berg Du lässt auch ein bisschen Quarz fallen Dann halt mich an die Höhentur mit Wasgard am Freitag Ja, irgendwie schon, ne? Ah ja, Quarz Warte mal Warte mal Wir sollten mal Warte mal Warte mal Ja, lass mal hier lang Wenn ich da sehe Dann sehe ich das richtig auf dem Ja, wunderbar Genau Sehr gut Dann lasst mal hier weitergehen Lasst mal hier hochgehen Wenn ich richtig liege Dann Könnten wir Unter Umständen bald auf eine Nähter fest und treffen Ich das richtig interpretieren Ja, toll Ich habe aber kaum Werkzeug Also eigentlich müsste ich nochmal zurück nach Himmels stellen Ja, ja Du musstest danach halt nur deine magischen Kräfte verwenden Weil ich habe Ja, das ist ja kein Problem Wenn du willst, kannst du gerne umkehren Gut, dann kehre ich mal um So, wir müssen da hin Wir müssen da hoch Irgendwie wenn ich das Bring am besten Kohle mit Kohle mit? Ja, aber nicht zu viel bitte Ja Das Zeug, wenn du mal deine Minimap aufmachst Nur das halbe Inventar voll Da ist doch oberhalb von uns rechts Da ist doch Ist da eine Nähterfestung? Warte mal, in welche Richtung gucke ich gerade Nach Westen Also von meinem Gesicht Da riecht deinem Gesicht nach rechts oben Oder wo die Da sind doch so Vierecke Oder wie So ein Fluss So ein Nähterstrang Der so runter geht So gerade Ist das daneben eine Burg? Ich glaube das dürfte da oben sein Ähm Welche Himmelsrichtung? Ähm Nordosten Nordost Ne, doch Nordost, ja richtig Ne, ist keine Festung Verdammt Keine Festung Keine Festung Du guckst in die Richtung wo auch die zwei Rauten sind von Lava Ja, richtig Ne, das ist keine Festung dort drüben Ja, aber ich geh trotzdem mal hoch Ja Äh, wie geht der da? Wieso, bist du jetzt hin? Ich bin da hoch Nach Nordost Ja, ja, da drüben jetzt sehe ich dich Äh, wie bist du da hingekommen? Äh, einfach da so hier Warte mal, ich hab, wo ist Ach da hinten, na, ich hab's gesehen Ja Oh, ich hör da was Bei mir in der Nähe Etwas, was sich anhört wie Babygeschrei Verdammt Na, bei uns auch Ich eile mich Ich eile, ich eile Oh, oh, oh Dann nicht, dass hier nirgends so mal ne Näterfestung ist Die wird auch bestimmt gleich kommen, denn es sind, also ihr müsstet jetzt ca. 500 Meter entfernt sein Ja, aber auf der Mini-Meer wird mir keine angezeigt bisher Oder soll das einfach weiterlaufen? Also jeder Näter hat doch Näterfestungen, oder so war das doch Ja Ach, da, da nach hoch sind Der Dreck, ich warte mal auf dich hier oben Oh Gott, oh Gott Oh, meine Spitze hat geleitet Verdammt Ich hab's geleitet und mein Inventar ist vor allem voll, wie sieht das bei dir aus? Noch nicht ganz Also, wenn du den Quarz gleich verarbeiten möchtest Den verarbeite ich gleich, ja, den verarbeite ich Brauchen wir, glaub ich, ne Werkbank Nö, Inventar Einfach nur so 2x2? Ja Oh, das ist doch gut Genau Verdammt Das ist gut Ja Verarbeite das jetzt mal alles gleich, das lohnt sich nämlich Siehst du mich? Ich frag nur mal Äh, nein Verdammt, ey Ja Ausgerechnet, jetzt muss mich so ein Piefer so folgen Oh, ne Hab mich erst mal rüber gebaut Ach, da hinten bist du Ich hab dich gefunden Ich speier mal Quarz ab Genau Na komm mal zu mir Ich würd sagen, wir buddeln uns Ich würd sagen, wir buddeln uns machen, setz mal irgendwie Wegweiser am besten Habe ich schon hier hinten Good Also, ich kann ja mal noch einsetzen, wenn wir gerade hier oben sind Zack, 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 zack Weiß ich hör das wie immer noch Nein Ach, man, man, man Grad mir grad mal ein In den Gag zum Netoportal, toll So, hab mal so'n Erdfinger Ich hab mal so'n Erdfinger Probier, ob es hier noch was gibt Ja, jetzt hab ich keinen Spitzack mehr Verdammt Ich hab mal so'n Erdfinger hier geboren Ja Ja Es okay Und ich komm mal zu dir hier, mit dem Fuggeln Hast du noch Fuggeln? Haben noch 17? Ja, ja 16 Ohja, sowas Kann man daraus jetzt auch irgendwas herstellen? Ne Äh, Säulen Achso, aus dem einfachen Netherwack Ja Den kannst du brennen, dann kriegst du ein Nether-Ziegel Ahja Pass mal auf, ich will sagen, wir graben uns jetzt mal hier durch Hast du noch ne gute Spitzack, oder ist deine gleich auch schon im Dutt? Ne, ich hab noch ne volle Eisenspitzack dann Bau dich mal hier durch, grab dich mal hier durch Äh, Sonschein bin ich gerade in einer schwierigen Situation Kommst du nicht zum Portal, oder wie? Doch, aber mich hat so'n Vieh verfolgt und äh So, dieses mit diesen Feuerdingern, ja Ja, und was ist dann das Problem gerade? Ich hab keine Zacken mehr, ich kann mich nicht mehr durch den Berg graben Ja, das ist jetzt ein... Wie machen wir das jetzt? Räuchte mal magische, ich wüsste mal in einen magischen Modus Äh... Ja, gut, warte, 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 das kriegen wir hin Ähm... So, aber nimm eine raus und dann ist gut Wir wollen hier nix erschimmeln Nee, nee Hast du was? Kann ich zumachen? Ähm... Moment... Eine raus... So, Moment, sooo... Hier ist er nicht survival Ja, gut, du kannst Gut So, dann bitte, dass das... Ich will jetzt nicht da rüber lassen Ich glaub ich jetzt echt keinen Bock drauf Nee, nee Da hab ich ja grad zugebaut Ja, ja, wir müssen aber irgendwie... Außenrum Dann müsstest du mich jetzt nur noch zu dir teleportieren Noch einmal meine magischen Kräfte, aber dann ist gut Ja, dann war's das aber für heute Oh, hier geht's raus Oh, hier geht's raus Super Sehr schön Wunderbar Bin fast Level 30, das heißt nachher ist wieder Verzaubern angesagt Ich hoffe, wenn du jetzt wenigstens da drin warst, hast du dir einen Diamant geholt Das ist ein Diamantschwert? Nö, nö, ich hab hier ein... Eine... Eisenschwert und Eisenspitzhöcke Okay Halt der trotzdem aus? Ist ja jetzt, komm Wollen wir jetzt nicht näher vertiefen Ja Lassen wir's einfach so sein Alter, irgendwas muss doch jetzt mal hier langsam eine Festung aufteilen Cedric Ja Trauma Richtung Süden, bitte, wenn du dich so hinstellst, neben wie ich Südosten 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 Südosten, Festung Südosten, Festung Das ist doch Das ist ne Festung So, das heißt, du müsst uns hier durchbuddeln, richtig? Ja, hier durchbuddeln Mach mal Da stimmt, da ist ne Festung Da ist ne Festung Da ist ne Festung, endlich Cedric, äh, kannst du noch bitte nochmal einen Wegweiser aufstellen? Äh... Hab ich noch hin? Ja Hast du? Ach, da auch nicht sehen Prompeln Warte mal So, warte mal, da buddeln wir ins Außenraum Was, jetzt bin ich mal endlich gespannt, jetzt geht's endlich mal los hier Aber wir machen erstmal gleich in 5 Minuten erstmal ne Pause Jo Dann locken wir uns bitte erstmal aus, damit keiner hier drauf bleibt und irgendwas passiert Jo Nein, 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 klar So Äh, Enrico, kommst du hinterher? Ja, ich komm hinterher Jetzt hab ich gar keinen Pausen-Screen, hehe Ich hab auch keinen Ich hab auch keinen Machen wir schnell in Fuldo, wenn wir ja draußen sind Aber wir willst'n das machen, ich hab der von der Bobka keine Ahnung Müsste mir auch mal einer erklären, wie das richtig funktioniert, aber gut, das ist eine andere Geschichte Das spielt jetzt keine Rolle Das Quarz Oh, die, die ist Festung ist aber groß, wenn ich das richtig seh, die ist groß Ja, die ist groß, soll sie auch sein Die hat richtig viel Loot, äh, und deswegen brauchen wir auch Holz Äh, meine Spitzhacken sind jetzt, nee, ich hab nur einer Einer Und die ist auch fast im Dutt Und jetzt müsste ich gleich hier Api Zack, 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 und, und, wird knapp, wird knapp Ich kann's machen, dann komm, lass mich bilden Heb dir noch lieber ein bisschen was auf Na, die Spitzhack ist jetzt eh gleich weg Jetzt ist sie weg Okay, dann lass mich mal ran So, wo muss ich hin? Genau in die Richtung Oh, ja, mir geht's tief runter Da geht's sehr, sehr tief runter, Freunde Ganz vorsichtig jetzt Ja 5 Minuten Oh, ja Holy shit, aber da ist eine Festung Wir haben eine Festung gefunden Yeah Super Besser als gar nichts Aber wir müssen jetzt irgendwie uns rüberbuddeln Beiber객 Wenn ich mich nicht richtig Ja Ja Der Trick hat nix da Geheimer Milton Digibüca Halt der welche Sieht noch government grow stone von euch Und weil ihr Jungs Ja Verrug Sehr gut, ja Zuruf Le Peris Frau chop eine solche Schoche Der Imkk Impläsel ein place achtung jungs achtung jetzt bitte nicht runterschubsen weg rufen da war ähnlich anders ihr müsst fallen ich habe momentan nichts zum hochbau dem ist springen und ich würde sagen bevor wir jetzt hier weitermachen machen wir eine kurze pause noch schnell ja in riko kommst du runter und einfach genau zu sterben dann machen wir hier eine kurze pause von zehn minuten und dann sehen wir weiter okay also bis gleich bis gleich ach die alle sind ja es so meine freunde jetzt blick natürlich auch weiter hier also ist schon nur noch ein kleines sie wissen schon schnick schnack anska ist wieder auf dem menschland server um da habe ich nicht gesündet fehler versuche sind neuer näher so füge mir das mal ein genau so also dann m eine pause wenn ich mal eine kurze pause genau genau dann bis gleich ja bis gleich was auch immer an die da oben macht immer kurz hoch user left your channel kurze pause es geht gleich weiter mit dem video mit dem stream so annie kommt grad es hat auf jeden fall schon mal gesagt dass der urlaub schön war und ich habe ihr gesagt dass sonnenschein im stream ist sonnenschein im stream ist genau ja vielleicht ganz ja gleich noch dazu stoßen wäre ja nicht schlecht warum nicht so ich werde aber dann wahrscheinlich gleich mal weg müssen weil ich gleich armbrot essen muss ja ich werde dann wahrscheinlich irgendwann später nochmal dazu stoßen aber werde ich mal gucken ich gehe mal jetzt meine eltern fragen äh man hört uns eigentlich jetzt nicht im stream gell doch doch okay gut also bei mir zumindest zack zack Okay. So, das tun wir noch ein bisschen größer ziehen und tun sie mal hier so hin und setzen das noch schnell in Bewegung mit OBS macht man das Eigenschaften äh Eigenschaften sage ich schon Filter oder Filter gibt es so eine Bewegung so, zack das läuft mir ein bisschen zu schnell ja, das geht das geht dann bis gleich das geht 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 wie lange geht denn jetzt noch die pause so zwei minuten ich bin wieder da was mit der lieben anny möchte nicht kommen die kommt gleich dazu kommt gleich dazu möchte auch mitspielen ich weiß nicht ich habe ihr jetzt nichts davon gesagt weil es nachher kommt von ihr geht gar nicht oder so nicht dass ich da auch bisher ist das kein problem ich bin wieder drin im spiel auch ja bisher kannst du ja mal hochgehen und mit ihr sprechen ja bis genau machen wir das doch mal gerade mich gerade noch mal aus wechsel ich mal gerade zu annie bis gleich user lab tour channel user lab tour channel ja müssen wir noch mal umschreiben zack genau ne hier user join tour channel user lab so muss es sein genau gut so da würde ich sagen dann machen wir mal weiter ja ich komme gerade ich werde dann jetzt aber in wenigen augenblick hin zu essen gehen ach so du gehst jetzt in pizza essen aha so läuft der hase hier so läuft der hase interessant interessant aber ich komme danach wieder ok ja dann machen wir dann habe ich aber eine bitte hast du irgendwelche wertvollen sachen im inventar haben magma blöcke nether quartz klo stohlen gib mir mal der nether quartz bitte so perfekt genau und deine magma blöcke kannst du mir auch mal rüber reichen würde ich einfach doch rüber ruf alles rüber genau doch ich denke der netherarakter ist er nee 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 genau mein eigenes das ist jetzt der trinkt jo als hast du an material dabei ich an material so erst mal das wertvolle material das wertvolle material ich gucke in das inventar von mir jetzt genau ich habe zwei dreiviertel stacks also zwei stext und drei viertel dorneter quartz dann geht mir der mal bitte der kommt jetzt mal weg den kipp ich der mal weil ich brauche platz ja wunderbar ich verarbeite das nämlich gleich jero pilz da kann weg so ich brauche jedenfalls eine spitzhecke das problem kenne ich ich glaube wir kennen noch mal um ja wir werden noch mal umkehren lassen wir es noch mal alles holen ja weil ich habe ich brauche mich auch bald wieder was neues ja da laufen wir noch mal zurück wegpunkt auf jeden fall hier sitzen warte mal neuer wegpunkt netter festung 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 heute mal so das gesetzt gut dann machen wir uns noch mal auf den rückweg ähm genau sind jetzt ca 600 meter das sollten wir eigentlich schaffen so kann das sein dass wir etwas dahin müssen wuhu was denn lava ne da geht es steil ab ja wir müssen nach oben kann das sein äh warum bauen wir uns nicht einfach hier hoch bauen wir uns mal hoch ja hab ich aber vorstellen gute Frage nicht und zwar da wo wir runter gekommen sind am besten da machen wir uns am besten gleich auch ne Treppe macht uns doch ne Treppe ja mach gleich ne Treppe genau mach ne Treppe ich hab schon ja ja aber ja jetzt macht jetzt bin ich bei Enrico bin ich jetzt der Dreck komm spring rüber wo seid ihr denn na wir sind doch hier o- von hier oben gekommen ja ja sind wir von der Seite gekommen ja mach mal weiter Enrico mach mal weiter ja also ich bin oben dann müsstest du uns doch eigentlich jetzt bald sehen oder na ihr seid woanders oben ihr seid jetzt auf der Höhe hui oh sorry oh sorry jetzt seid ihr durch hier ja 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 gut dann kommen wir nachher auch die bequemen nach ja genau sag ich jetzt hätte ich mal das hier aus Chat versteckt genau der Chat ist aber heute ganz ganz leise ich glaub wir sind ganz alleine kann das sein ja gerade naja Wetten ist dann mehr wenn Anni nachher vielleicht dazu stoßen wir mal schauen wahrscheinlich ist er netter Quarz wenn Anni kommt dann hier sind unsichtbare Blöcke bei mir ja wahrscheinlich hat Sonnenschein dazu schnell abgebaut mit seiner Effizienz ich muss mal das Spiel neu starten jo mach das beziehungsweise ist jetzt anscheinend eh bei mir Pizzar also bin ich dann jetzt mal weg okay dann machs gut wir sehen uns nachher wieder l bis dann äh die Gaby ist da wünsche einen schönen Abend die Gaby ja game by mine ist Gaby ja aber warum die wird mir gar nicht ach die hat noch keinen Kommentar reingeschrieben oder doch was bei mir wird es angezeigt im Stream unten im Chat das letzte also okay also unter deinem Kommentar es geht weiter okay Moment mal kurz dann hab ich grad ein paar technische Probleme auch sonst hab ich den Chat im Blick ja wenn du den mal hast weil ich kann mich gerade nicht und die Anne hier schreibt Hallöle Moment dann machen wir das gerade mal weiter mal einen Moment bitte einen Moment bitte weil ich hab grad technische Probleme ohne die müssen erst weg bevor es weiter geht mal anders machen auch wenn das jetzt gerade etwas vielleicht doof wirkt aber das muss jetzt sein ich geh in den Chat selbst wenn wir ganz rechtzeitig darauf reagieren kann ach Mist zack so und jetzt war das doch so also sind jetzt beide sozusagen im Chat unterwegs ich seh den Chat gerade nicht ja die Gaby schreibt Hi Anni schön ich freu mich dass beide da sind ah ja jetzt wird er mir angezeigt ja wunderbar so ich hätte neuem Fenster öffnen können ja wunderbar dann sag ich jetzt auch noch mal Hallo jetzt geht's weiter schön dass ihr beide im Chat seid das freut mich doch bleibt mal kurz stehen Hallöchen bleib mal kurz äh Sonnenschein ja Sonnenschein bleibt mal hier stehen kurz ja hier geht's weiter da geht's weiter okay bleibt mal so stehen genau so genau Tschüss Danke jetzt jetzt so hier unten ist jetzt abnehmen haben wir auf alle Fälle nachher noch ja äh da geht's so jetzt wollen wir mal schauen also wir haben jetzt ne ETA Festung schon mal gefunden da gehen wir auch gleich hin wir müssen nun mal das Inventar lernen und neue Ausrüstung holen so wo geht's jetzt lang Cedric du hast den Weg markiert ja immer den Fackeln folgen wenn man den Fackeln okay so ich sehe es schon da geht's lang war eine gute Idee dich an Bord zu holen jo so wo ging's hier lang da lang ah ja ich sehe schon so mhm ich merke es um mich nur mal kurz die Anni lauter stellen ja die Anni habe ich schon oder gestellt bei mir die Anni wo ist die Anni 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 die Anni die Anni bin müde und verschlafen müde und verschlafen ja ist doch klar bei deiner Tour am Wochenende also Anni ich glaube nicht dass du heute früh erst halb sieben ins Bett gegangen bist so wie ich ne ich bin nicht halb sieben ins Bett gegangen ich bin so gegen eins ins Bett gegangen und um 6 Uhr wieder aufgestanden okay um 8 Uhr gefrühstückt dann in Halle nochmal beim Ball ab ja danke dir auch Gabi und dann wieder nach Hause gereist ja und es war eisig kalt mhm das ist doch klar so hat der Winter so an sich Minus 5 Grad letzte Nacht Bei meinen Kollegen, da wurden letzte Woche minus 20 Der Trick Ja, ich bin hinter dir Ich bin hinter dir, ich seh dich auf der Minimab, alles gut Gabi wünscht einen schönen 4. Advent Das hab ich auch gerade eben schon gesagt Genau, hier lang, hier lang, hier lang Wir wollen grad mal gucken, dass wir uns neue Ausrüstung irgendwo holen Wo ging's denn jetzt lang? Ging's da die Treppe hier hoch, der Trick? Ja, Treppe hoch So, so So Ja, Achtung Hier ist in Richtung gestorben Moment mal, das ändern wir mal jetzt, warte mal Das ändern wir Das kann so nicht bleiben Ja, mach das doch einfach so Boah, Alter Pass auf, hinter dir sind Löcher So Ganz fiese Löcher Genau Also ich hab noch keinen Tod bisher Und dabei soll's auch bleiben, bitte Ja Gast Oh, Gast Im Wasser Ähm, im Wasser Ähm, im Wasser In, in, in Lava Na, bleibst du jetzt Na, weg ist der Gast Sehr gut Warte mal, die Gasträne, die lass ich nicht liegen Die denn Die Gasträne hingetroppt Äh Äh Äh, das hab ich gesehen Ja, aber die sind in Lava gefallen, glaub ich mal Oh, na, klasse Weil da ist er auch aus der Lava rausgespawnt So ein Mist Gasträne sind wertvoll, die kann man echt gebrauchen Oh ja Da hinten geht's weiter So, wo bist du hin Jetzt bist du schon wieder so weit weg Äh, stimmt Du hast ja noch die Gasträne gesucht Ich bin richtig im Morgen Äh, genau Jetzt sehe ich dich wieder auf der Minilab So, ich seh dich leider nicht Ach, da bist du Ja Ja Du zum nächsten Prümpel Ich hätte sie mal mehr Fackelson Ja, wir sind echt weit gelaufen Bis wir eine gefunden haben Haben wir eine ganze Stunde lang gesucht Bis wir eine gefunden haben Jetzt trinken wir wieder um Um das Inventar zu leer Ja, wir sind toll Aber gut, so muss es sein Na, darum hab ich gesagt Mehr Holz, ne? Ja, gut Aber ich hab ja gar kein Eisen Oder irgend sowas Ach so Verstehst du? Das liegt ja alles oben In Himmelstern Um auf Nummer sicher zu gehen Ah, sehr schön Aber die Treppe ist gut Ja, Enrico hat eine super Treppe gebaut Eine super Brücke hier 1A 1A Genau Was hat der nicht? Sehen gar nicht Der Enrico ist Pizza essen Der kommt gleich wieder Ach so Ja, hat er sich mal gegönnt Lecker Pizza Lecker Pizza Lecker Pizza Lecker Pizza Ich hab gestern Wildschweig gegessen So, hier hinten war alles Okay Der Eingang war, glaube ich, auf der Seite Wildschweig, glaube ich, auf der Seite Wildschweig mit Klößen und, ähm, Rotkohl Okay Und so, richtig lecker Da rein Ja Ja, ich kann mir vorstellen Das war mit Sicherheit lecker Hätte ich auch gerne gegessen Das hat so gut geschmeckt Dass wir das mittags und abends gegessen haben Sehr gut Ich stelle mir mal ab Wieso erst mal gerade nach Ribblesch angehen? Ja, oder so Genau So Nochmal gucken Was haben wir denn hier? Eisen Also Steine, ja Ja, Mann, Spitzsacken Ähm, ich bin jetzt gerade in Himmelsstern Ich guck mal, dass wir nochmal was verzaubern Soll ich nochmal ein paar Eisenspitzsacken machen? Äh, hier Steinspitzsacken Ja, kannst du machen Ach, lieber Anni, weißt du eigentlich schon Es gibt in der 1.112 neue Dorfbewohner Mhm Den Kartografen, den kennst du ja wahrscheinlich schon, oder? Ja, das habe ich gehört Aber es gibt jetzt auch einen ganz neuen Dorfbewohner Nämlich den arbeitslosen Dorfbewohner Ach ja Ja Der nichts nutzt sozusagen Der nichts nutzt, so heißt er offiziell Der hat kein Inventar Der ist arbeitslos, mit anderen Worten Mit dem kannst du nicht handeln Okay, aber du kannst ihm auch was geben zum Handeln, oder was? Nein Nein, kannst du auch nicht Du kannst gar nichts mit dem machen Nein, kein Fenster öffnen Du kannst gar nichts mit ihm machen Ja, das ist ja so Wir haben sogar hier auch einen arbeitslosen hier in Himmelsstern Den ich jetzt gerade noch nicht finde Du kannst über Befehle sein Inventar beeinflussen Du kannst ihm zum Beispiel sagen Ähm Gib mir für 1 Maragd eine Diamantspitzhacke Okay Das kannst du Das haben sie ermöglicht Aber sonst kannst du nicht mit ihm interagieren Du kannst ihm Essen zuwerfen Dass er sich vermehrt Hm So, was wollte ich denn eigentlich? Ich wollte Holz holen Ich komme mal mit Genau Komm mal mit Warum er denn Holz? Hatte ich noch irgendwelche Stiggis? Die Stiggis? Mama ist einfach so Ganz einfach Genau Mal Holz So So Wo bist denn du gerade? Äh Ich bin hier am Bazar Ach du bist am zukünftigen Bazar Ja den muss ich irgendwann mal fertigstellen Wenn mir da nur was einfallen würde momentan Äh ja Dann lass ich erstmal ruhen Ich bin oben in der Schmiede beim Verzauberungstisch Okay Ich verzauber mal eine neue Spitzhacke So Ich hab mit den Dorfbewohnern einiges gehandelt Deswegen hab ich hier ordentlich Hab ich ordentlich Sattel Feuerschutzwesten Allerdings nur Leder Eine Feuerschutz Diamant Brustplatte Und eine mit Schutz 2 Und ein Kettenhemd Ja Wie man sieht Ich hab ordentlich gehandelt Äh Quatsch Da muss ich hin Ich guck mal deine Drohnen Wo irgendwo noch Fackeln drin sind Oh ich glaube nicht sehr Dreck Da sieht's glaube ich eher schlecht aus Ah Das ist obsidisch Was mach ich denn ey Langsam So Jetzt haben wir's Also Fackeln sind jetzt mal nicht so wichtig Nee 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 Fackeln sind da jetzt nicht so wichtig Weil die Festung haben wir ja an sich schon gefunden Ja 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 richtig 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 Mal legen was könnten wir denn noch verzaubern So Du gibst mir Bücher Ich hab 21 Level Oder wie läuft das denn Ähm Ja kann ich gleich mal Aber jetzt mach ich grad was anderes Bist du oben oder oben? Ich bin oben Behutsamkeit Nee Warte mal Dann mach mal das anders Hier Ich hab hier Leder Nimm dir mal Und da ist ein bisschen Papier Mach mal ein paar Bücher Am besten daraus selbst Bücher 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 Reparier ich die denn noch mal? Ach ich repariere die mal Die sind eigentlich gut genug Ähm 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 Lapis hast du? Ach ja hast du Lapis So Guck mal Die müsste ich mal reparieren Aber lohnt sich überhaupt Ne Eisenspitzhacke zu reparieren Haltbarkeit 1 oder Schutz 2? Haltbarkeit Warte warte ich komme auch Haltbarkeit ist ein Lapis Schutz 2 sind 2 Lapis Ich hab schon Schutz auf Diamant Nimm die Haltbarkeit Okay Hast du noch mehr im Angebot Oder war es das? Ähm Das waren nur 2 verschiedene So Jetzt mal Stärke 1 oder Schärfe 2? Schärfe Ja Dann Rückstoß 1 oder Stärke 2? Also Stärke auf Bogen ist das? Stärke auf Bogen? Ich warte mal Warte mal kurz Ich hab Stärke 2 schon Also Rückstoß 1? Ja Rückstoß 1 nehmen wir Okay Nächstes Buch Ja Schärfe 1 oder Band 2? Band 2 Band 2 Dann Mein letztes Buch Schuss sicher 2 Kann ich als einziges auswählen Nimm's Okay Hier tu bitte hier Hier die Bücher rein Hier die Prüben die Hier sind schon andere Ich hab erstmal das Lapis wieder zurückgelebt Hast du noch ein paar Bücher? Äh 5 Bücher Hab ich Gekraftet Hast du noch Papier? Leder hier rein? Nein Papier hab ich keins Da warte mal Ich glaub ich verzaubere auch jetzt eher ein paar Bücher Als Warte mal Bin jetzt von Level 21 auf Level 14 gesunken Also ich hätte noch Ja Auf jeden Fall was So warte mal Der kommt mal wieder rein Hab ich denn die Zuckerrohr gegeben vor uns? Ja komm mal mit Komm mit mir Irgendwo hab ich noch Papier Aber ich hab ja auch ne Zuckerrohrfarbe Das ist ja gut Eine Zuckerrohrform ist übertrieben Da ist da was Nimmst du auch auf Cedric? Ich nehm auch auf Genau Was? Du musst das ja hinterher angucken Bei Sonnenschein kannst du das auch angucken Ja Hm So komm Mit hier unten ist nämlich Zuckerrohr Ja Kannst mal abernten Eine Seite Ich mach die andere Hoppula Und ich seh es wird dunkel Cedric Jo Da müssen wir auch schnell Aber jetzt fett mit euch Hier runterspringen Wenn wir grad hier runter Warte mal Kommt der denn her? Hier unten war das ja Zack Oh hier ist ein Monster Uh 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 Schlechte Idee Ich äh nehm mal die zwei Betten nicht hoch Ja Hoppula Ich hab ihn nicht angeschaut Ahhhh Wo geh mal hin, wo geh mal hin, wo geh mal hin, wo geh mal hin, wo geh mal hin Na aus Ganz schnell weg hier, wir müssen jetzt echt ins Bett, eh nicht dass du meine Dorfbruder gefressen werden Äh, ich bin hier, hast du mich gesehen? Ja Ja, ich hab dich gesehen Bau hin Setzen, setzen, setzen Ah Ah Zack Ah Hier Warte So, jetzt Okay, gut Huh Ah Alle letzten Sekunden Schön, Gabi, das freut mich, dass dir die Schmiede gefällt Hat den Netz ist ausstellen Das ist noch ein nächstes Meisterstück geworden, für dich persönlich auch Ja, Ali ist sehr schön Das stimmt Jeden, das kam ein Zombie Ja, den kannst du ruhig umnieten Ist der Bewohner noch drin? Der Bewohner ist noch drin, ja Il faut s'entraper Il machte Das Il paraə de la fauna Il para de la fauna Beurter Hallo O q B Obma 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 hallo hallo bin ich noch da ok ich höre euch auch wie R2D zu ok das ist ein bisschen komisch ich geh mal kurz vorm TRS bin gleich wieder da ich kann überhaupt nichts verstehen so mein lieben Freunde ich habe zunächst wahrscheinlich ein kleines Internetproblem ich bin mir überhaupt nicht sicher ich versuche mich mit dem TeamSpeak wieder zu verbinden er sagt mir aber verbinden zu sowas fehlgeschlagen ich check mal gerade meine Verbindung ab meine Verbindung sagt ich habe Verbindung ich kann trotzdem noch mal ganz kurz der ist komplett schließen und offen so bin ich noch so gut ich bin nicht der Fino ich bin Cedric aber danke für die Ehre aber der Fino ist im Chat im Chat ach so ja TS macht wohl Probleme komme gerade nicht drauf okay ich hatte auch gerade ein Problem ja man hat es gemerkt ich habe es gesagt ihr hört euch so metallisch an Feuerschutz Explosionsschutz jawohl jetzt kriegen wir ja richtig gute Bücher ach so du bist wieder oben ja geht da noch was ja so das ist ja gut dass der ich musste wegloggen ich will nichts kaputt machen was ist los komm am besten nicht raus du hast auf deinen straßen gerade mehrere kripperlein aber nicht schön komm 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 runter ja komm runter ordentlich hier verzaubert federfall sehr schön jetzt geht es geht ja äh Cedric es war aufrasen es war nichts kaputt ich habe den extra weg gelockt denn ist ja gut alles gut ich mache nichts kaputt der Fino alles gut ist aber noch eine Scharfschütze aber ich habe nicht mehr viel leben also jetzt haben wir ordentlich verzauberungsbücher das ist eine Menge so 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 das kommt jetzt hier nicht rein weil jetzt hier nicht alles voll groß oder Gottes Willen so Papier was noch later ja bitte ja gibt es leder ja habe ich auch noch welches ja hier und da ist papier schau mal du hast ich habe hier moment mal kurz ich musste der film war gerade lauter machen das stimmt gut ja ich habe das leder wieder ich sehe es hier bitte ich lasse ich erst mal wieder hier entleeren das kommt da rein das brauchen wir es kommt da rein das kommt da also ich habe jetzt ordentlich verzauberungsbücher schon glaube ich jetzt dürften 17 verzauberungsbücher sein ganz ordentlich so mal gucken was haben wir denn jetzt hier so auf der tasche eisen diamantspitzsack diamantspitzsack das ist eine eisenspitzsack ist der trick kannst du meine eisenspitzsack herstellen aber ich kann das auch selbst mal was hast du für bücher hergestellt effizienz eins schärfe eins schärfe eins schärfe eins und schärfe eins wird schärfe zwei soll ich noch mal rückstoß eins herstellen für rückstoß zwei buch ja macht das ist eine gute idee ist ja hier gleich hier waro live explosionsschutz 1 sehr schön hier ich bringe richtig gute sachen explosionsschutz 1 also ich habe mal hier gut aus groß aus groß 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 alle drei das möglich ist das wieder rein das brauchen wir das kaum ein nix wußt genau bust groß kostet raushalt das kann ich alles gut gebrochen was du hier hast das werf alles zu werf alles rein genau jetzt will ich mal gucken was da alles zu tun ist schärfe 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 effizienz und schütze alter wahnsinn ach der fino hallo hallo ich hab ich hab den chat aus deswegen habe ich das nicht gemerkt dass du plötzlich drinnen wirst so willst du mit auf neta tour wir haben eine neta fest und so ein moment ich muss gerade noch was wir haben ja so groß und da hat den ambus zerfetzt also ambus putz hast du irgendwo ein paar levelinos rumfliegen nee leider nicht du bist doch ein hauptmann ja guck mal hier ich gebe dir meinen guten bogen warte noch mal hinter dir hinter dir wo aber habe ihn hast du feiler ich hab sechs feiler sechs feilen beträgt wie viele feiler hast du alle teilen stecke ich gebe gleich was ab ja dann würde ich auch mal empfehlen gibt mir was ab genau so das reicht jetzt mal gutes schwert das muss gebrannt werden noch da muss neue ambus in bei nächster gelegenheit jetzt kommt man hier der automatische ofen endlich ins spiel ich tue mal die rohnen bücher mit zu den verzauberten bücher ja so was haben wir denn jetzt wir haben jetzt eine eisenspitzacke die ist sehr gut eine gute diamantspitzacke eine axt schaufel die kommen wieder oben rein der weltenfresser er kommt auch nach oben und dort Prozent der Kino hast du erfahrungslevel die wahrscheinlich nicht oder Prozent 18 Wurm ein Dank kommen wir bitte nach oben Prozent Prozent so ich bin wieder da haben und um die an die an die es ist auch da genau an der der so er hat die noch haben das auch noch da ja die jungen kann ich kommen bitte nach oben zu mir und deine achtzehnte Level darfst du jetzt in wunderhübsche Bücher investieren bist du sicher ja da bin ich mir ganz sicher oder willst du warten bis du Level 30 bist würde sich fast anbieten okay dann warten wir dann warten wir da ist doch recht dann warten seit der jetzt schon raus aus dem Netter oder wir haben gerade ordentlich verzaubert also wir waren ja auch auf dem Weg da hat jeder noch genügend Werkzeug Werkzeug und vor allem Ausrüstung der vier du brauchst essen oder ich habe neun Brot und 64 Steaks gut dann reicht dir das ja wahrscheinlich aber ich habe kein Schwert du hast kein Schwert da kann ich aber da kann ich aushelfen einen Moment da kann ich dir aushelfen so komm mal kurz bitte mit mir wenn du kannst jo so hier ist übrigens der Arbeitslose das ist er hier ich klicke das Inventar an aber es passiert nichts das ist der Herr Arbeitslose genau da kommt da kommt Mettel Manfred oder General Eisenfaust das wollte ich eigentlich nicht Mettel Manfred so war ich denn das Schwert ich hätte hier doch ein paar hier ich will den Arbeitslosen wirklich nicht abknallen das glaube ich dir so schau mal hier du müsstest mich mal teleportieren Hallo der Fino schreibt Gabi es tut nein geht auch noch er war da wir kommen da gleich hin nachdem ich bin ja auch gerade umziehen wird auch von diesem Kiel Prozent ja okay gehört aber das ist das letzte Mal dass ich jetzt meine magischen Kräfte benutzen es wird langsame Nacht ich habe mir sein ein Teil der Fino wo bist du denn Moment dann stellt man eure Betten auf dem Verschlafen können ist Schlafenszeit die Yo habe ich mein Bett muss ich nur noch holen liegt ja noch unten vorm Eingang ich liege wer liegt noch nicht ich liege aber wort ihr denn mein Bett hingetan das hatte ich ja vorm näher Eingang platziert liegt es dann nicht nein dann lock dich bitte mal aus da hat die Arbeit genau genau da ist der Krieger explodiert das heißt er hat jetzt kein Bett mit anderen Worten Prozent wenn das ich habe nur zwei abgebaut und abgebaut ich habe nur gehalten wird auch in der 1 hast du noch ein solcher zu erstellen ja ich habe keins ja ich meinte gerade dann sehr direkt mit mit der ja aber es wird dann stelle ich gerade ich stehe gerade mal 1 her ich stehe gerade als er einen Moment haben wir gleich jetzt ich habe ich ein paar Schafe und ein paar Lamas hier gezüchtet mein ich kann noch mal gucken aber ich glaube nicht dass es da steht steht nicht da der ist doch magischerweise verschwunden so wo bist du denn wo seid ihr überhaupt alle so ist der Fino mal her aber hier liegen ein paar Schwerter die kannst du benutzen und jetzt nein die brauche ich die weg so ich mache den neues Bett warte genau nix rausnehmen ja ja so hier liegt das Bett vor der Werkbank wunderbar dankeschön bitte so dann haben wir jetzt alle ihre Ausrüstung was fehlt denn noch ich habe keine Rüstung an ich habe nicht mehr so viel Eisen das kann ich mir nicht leisten das kann ich mir jetzt echt langsam nicht leisten was wir machen können warte ich habe Leder ne da reicht ja auch Hauptsache irgendwas an weil sonst ja ich gebe den am besten hüpfst du nicht so viel rum wo brauchst du nicht so viel essen ne ne geht nicht ums komm mal hier einmal komm mal her Enrico hier in die Schmiede du bist der erste Käufer so zu sagen hier in die Schmiede du gehst gerade rüber zur aber ich bin ein Ping-Pong T4 von unten Enrico ja ich bin doch auch er kam plötzlich aus dem Nichts du bist du gehst die falsche Richtung hier oben denn hin war ich auch ja und da ist nämlich noch ein bisschen äh dunkel wie du siehst na klasse na ja die ganzen na klasse was ist passiert oh Reaper du musst darauf passen wo du hinwollst ach das war ja die Schmiede so hier sucht nehmt die Leder 1 raus hier jetzt habe ich ein Problem so ein Mistkerl ey von diesen Creepern hab ich so die Schmiede ja das wollte ich sagen hab's aber versucht zu verbreiten die Gabi schreibt du hast ein Lama du hast ein Lama ja genau ich war nämlich ich hatte die letzten Tage leider nicht so die Zeit zum Aufnehmen Gabi deswegen war ich gezwungen offscreen ein bisschen was zu machen ähm und hab deswegen ähm schon mal geschaut was denn so es für Möglichkeiten gibt in der 1.11 und da bin ich auch fündig geworden so was fehlt jetzt hier fehlt ne Treppe weggesprengt da ne Treppe weggesprengt nix raus ne bitte nix raus ne nö nö ich nehm nichts raus nö nö wir nehmen wir da alles raus ich wollte einmal schauen gab ja ob ich ein Kartografen vielleicht kriege um auf neue Schatztouren zu gehen sozusagen so hier ist noch Kohle nein ich hab Fehler gemacht so genau die Karabenteppich schmückt man kann allerdings nicht auf ihnen reiten wie auf einem Pferd du kannst aber im Grunde genommen ähm eine Kiste montieren und das Lama hinter dir herziehen wie sozusagen eine richtige Karawane so so Dugzeit oh guten Abend Dugzeit hallo hallo mal die du zu uns kommen willst wir befinden uns in der Klapse in der Klapse da sitzt ja mit dem Schwein drinnen wo in der Klapse nö da in so einer Telefonzahl ist ein Dorfgewohner mit Schwein drinnen und jetzt auch ich und jetzt auch ich keine Ahnung was die da drinnen machen mit dem Schwein so Jungs es geht gleich weiter ihr seid jetzt aber ausgerüstet oder ja ich habe einigermaßen ich habe eine Eisenspitzhacke die bald auseinander fliegt und zwei Steinspitzhaken ich habe noch ganz viele der Fino noch mal bis zum Stein der Fino ja ich bin hier komm mal zu mir du bist bist du schwer ich bin bei der Schmiede ich bin gerade am Reparieren okay ich komme du 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 nimm die mal und reparier mal kannst du reparieren wenn du willst äh ach du willst das der Trick der hier so können das ist ein normaler Eisenspitzhacker da brauche ich eh nix reparieren oder boah ist ja wie du willst ich wollte es dir nur anbieten aber die andere ist ja auch eine normale die auseinander fliegt war auch gut die sind alle nicht verzaubert okay von daher hallo ihr klappen MTS ich komme vielleicht gleich dazu oder mit 50 er wird der jahrzeichen dann und wenn er herrn wird 6 und wenn er noch fast hat nachher der Zug dann ist party der Mann an was da kommt heute nicht doch fast hat hat mich schon angeschrieben er kommt noch vorbei Uiuiui doch mal geht aber los was da muss rein schreiben ab 18 da werde ich ein Schreiber 18 er wahrscheinlich ich jetzt erstmal hier rein so kommt wir gehen alle runter ja ich komme grad und dann geht es in die Nähterfestung wichtig ist ordentlich leveln ordentlich die Spawner bitte nicht abbauen in der Nähterfestung und ansonsten ordentlich Rohstoff und alles ich brauche doch ein paar XP da bin ich auch bereit ja ich bin da schnell ich muss level 8 werden echt und zack schnell komm jetzt na was willst du denn komm her dein ernst das ist ja richtig finster ach so schlimm wird jetzt auch wieder denn ich sagte liebe derzeit so ja ein freunde bobo kann ich mich der Blitz der Endermedia da stand dort mal unter der Schmiede vor einer Stunde Alter Leute jetzt gibt's beef nein 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 du bist du jetzt gestorben nein ich bin tot oh warte mal endlich ich distanziere mich mal davon was habt ihr denn ich ich bin noch nicht so weit ihr sollt doch nicht die Psychologen ansprechen ne nein gut dass ich verzaubert habe wer hat jetzt meine ganzen Sachen aufgesammelt die liegen alle unten ich bin auch dort oh oh je plötzlich stand der Enderman neben mir ich begreif bis heute noch nicht wiederum der plötzlich neben mir war der hat mich angegriffen er hat unten bisher überhaupt nicht ausgeleuchtet das muss man mal dazu sagen ja das stimmt ich habe hier unten noch nicht ausgerichtet weil das noch eine Baustelle ist hier unten so habe ich jetzt noch alles mal gucken ob ich jetzt noch alles habe Gott sei Dank habe ich vorher alles verzaubert gehabt oh Gott sei Dank jetzt habe ich einen scheiß verzaubern so ja Gott sei Dank war es jetzt nicht so tragisch denn ich hatte nicht so viele eps ich hatte nur sieben Level das macht auch keinen Sinn so Freunde ich würde jetzt gerne noch in den Neta wenn ihr nichts dagegen habt wie sieht es bei dir aus Delphinus Out ist wieder in Ordnung hast du wieder alles ja ja ich habe die Spitzsacken schaufeln essen ok die ganzen Waffen alles da hat jemand Pfeile mit Pfeile hier ich habe einen Pfeil da unten liegt da unten nicht da siehst du den ja ich kann leider keine Pfeile herstellen weil ich noch keine Federn habe das ist das Problem ok aber ich habe auf jeden Fall einen Bogen mit wird mir zwar wenig bringen aber ja so Dead Track was hast du noch gemacht wenn ich mal fragen darf ich wollte meinen Schwert verzaubern da stand da stand vorhin irgendwas schönes da und jetzt steht aber nur noch hier Rückstoß und das möchte ich nicht ähm meine kurze Frage irgendjemand muss meine 64er Steaks aufgesagt werden die habe ich nicht na gut dann sind die wahrscheinlich dabei kaputt gegangen weil ich habe ich habe heißt warte du hast jetzt 40 Steaks ja behalte ich hab mir 90 raus können weil du hast dich auf alle Fälle oder ja 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 ich habe den den Stapel ich schon hatte und deine auch ja gut dann behalte jetzt einfach in Ordnung dann hast du genug zu essen ja das reicht einmal so jetzt würde ich sagen jetzt sind wir aber alle hier unten die Pfeile kann man nicht aufnehmen gell nein ich habe hier aber nochmal zwei Pfeile hier bitte nur die selbst verschossenen gut okay ich gehe jetzt rein ja etwa vorwärts kommt warte da ist noch wer den Heuch noch schnell kaputt hier geht ja tief runter nicht runterfallen Leute ist schon drin naja wir kommen jetzt nach ich komme nach es wird eh grad wieder finster ist eh gut wenn wir dann unten sind so ich warte erstmal bis alle hier sind dann stelle ich erstmal das Füßchen hier auf kann man hier im Bett aufstellen ja oder äh nein da explodiert das ja würde ich nicht machen selbst aber ich habe es gerade aufgestellt und es ist nicht existiert wow ja sobald du dich schlafen legst geht's peng okay dann steh ich das Bett oben hin Moment ja richtig wenn dann oben wir können natürlich auch oben die Nacht verbringen noch weil es wird eh grad finster ne 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 bleibst du mit dem Bett auf warum zeigt mir jetzt Voxel Map an unbekannte Welt äh da musst du M drücken dann auf Multi World und dann die jeweilige Welt einstellen wer welche denn jetzt steht hier neue Map und dann abbrechen wer steht hier nicht da muss der hier nähter hinschreiben irgendwas irgendwie benennen als ich das jetzt mach sind wahrscheinlich die ganzen Markierungen habe ich recht äh ja ja ne die markierungen sind auch wieder alle weg mhm ok so ok dann würde ich sagen gehen wir jetzt mal los oder sind alle da ja ich komm grad wieder ich hab oben kurz geschlafen falls ich sterbe lege ich jetzt auch dann vorm Netator ja guck mal hier kannst du die gebrauchen Enrico ach scheiße zeig mal äh jo die kann ich wo sind denn jetzt bitte hier auf einmal die Druckplatten hin obwohl naja was sind zwei Druckplatten hier lagen noch zwei Druckplatten eben noch die hab ich nicht abgebaut nö also wenn man runter sind hab ich keine gesehen ey das verstehe ich jetzt absolut ähm die hat der Enrico vor uns im Inventar wo er gestorben hat er zwei hölzerne Druckplatten ok dann hab ich die wahrscheinlich oben stehen nach dem Moment die Druckplatten sind weg die na super die hat Enrico aufgesammelt nein die sind nicht weg die weiß mir fällt grad ein wo ich es hingetan hab ok ja da hattest du nicht die Inventar hab ich zwei aufgesammelt wo du gestorben bist so zack so ich hab wertvolle Fracht mit ich hab Holz mit ich hab wertvolle Fracht mit ich hab Holz mit ich hab wertvolle Fracht ich hab Holz mit nein das ist wirklich wertvoll ja ähm nur mal nur kurz warte ich finde du hast jetzt meinen wertvollen Bogen korrekt ja genau Stärke 2 Halbbarkeit 1 gut wenn du bevor du die Map verlässt hätte ich den bitte wieder ok so hat jemand sonst kein Bogen ich hab einen Bogen ich hab einen Bogen hat jeder Pfeile ja drei Stück du Delfino hast du Pfeile ja 56 weil Settel hat geteilt mit mir ja oh 56 komm Teilt noch mal mach nochmal die Hälfte hast du die Druckplatten da kriegst du mal welche von mir wunderbar dankeschön hat hierbei jetzt die Druckplatten mitgebracht ja ja ich hab hier einmal vor die Tür beide wunderbar sehr schön das kommt mal nicht raus gut dann folgst mir mal so du bist bist du Moment jetzt hier aber mal ach da hinten lass mich doch mal durch hier okay einfach unterspringen zack 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 kommen dann wieder hoch die an der Seite hier guck hier ja nur hier geht alle irgendwie darum irgendwie ja hier hat hat ich sehe bisher nur 3 nur 2 wo 8 Atom ist er gehört aber schon ausgestört ja so hat jemand noch den Weg von kommt an ja ja einfach den Fackeln folgen ach stimmt jetzt haben wir weiter wieder beide komisch okay so hey eine Brücke dumm dumm Moment jetzt lächig aber mal ein das ja ach und das sind diese Blöcke blödsinn mhm 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 die Magma Blöcke mhm mhm passt auf wo reinfall wo 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 kommt schnell komm was entgegen geschossen fragt sich von welcher Seite äh von vorne von vorne von vorne und wo und wo ist jetzt hier von vorne und hinten da die Fackeln ach ne du hast zurück geschossen mhm 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 genau unter mir ich schieße ihn mal mit dem Bogen ab 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 getötet die Gasträne ist ist in der Lava ne ist genau in das Feuer gefallen ist jetzt dein Ernst ach ne dort unten liegt es da unter dir unter dir genau unter dir genau hab sie wunderbar so das ist doch mal Teamarbeit hier das ist Teamarbeit Teamwork genau ja ich komme von hinten und Baller der Fall in feilen Arsch genau kommen noch alle hinterher oder fehlt schon jemand ja wir sind alle aufm Haufen da kommen alle hinterher wir sind auch hinterher ja wir müssen ein ganzes Stück laufen wir haben eine ganze Stunde gebraucht bis wir eine gefunden haben ja gut aber wir haben ja schon alles gekraten wir müssen uns noch auf Achtung hier ist Lava ja hier geht es nach oben genau dann hier jetzt an der Steilkiste entlang ja genau vorsichtig keinen dieser Viecher schlagen na passt auf dass die hier Golems euch nicht runter werfen können die jetzt auch wieder uns runter schubsen oder wie ja alles kann sich runter schubsen ok mich hat schon mal einen Huhn runter geschubst in einer Schlucht haha haha ok ja wahrscheinlich würde ich was nicht so lustig äh da oh ja fliege ich schon mal doch Bälle rum warte mal auf Delfino oder wo bist du ja ich habe einen Anschluss ein bisschen verloren der Ball hat schwer einer er hat wenn der Trick der Finanzen dann ist ja gut ja also ich bin nicht zuerst ein Loch reingflogen über so eine Höhle ausgegraben ich komme mal zurück und ich folge gerade den Fakten ich müsste mich eigentlich genau so äh geht's runter wir warten dann an der Näterfestung auf euch jo so da geht's runter da geht's rüber genau pass auf hier ist lauer da gibt's in den Gang rein naja so äh hier dann ja ja das ist Versammlung äh hier geht's hoch also alles was ihr kriegen könnt was mit äh mit Close Zone zusammenhängt beziehungsweise mit ähm nähter Quarz und alles andere alles ab ach scheiße nein 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 bist du runtergefallen ja er ist runtergefallen oh nein Achtung jetzt teils das ganze Werkzeug weg die ganzen Diamantspitzacken okay ich laufe auf jeden Fall schon mal vor zur Festung das ist nicht gut teils leiste oh nein alles weg ich würde dir sagen beim nächsten Mal Keep Inventory mal einzuschalten auf dem Server stimmt ja weil wir haben das auch eingeschaltet weil es einfach sonst total nervig ist und man total wütend ist und ich habe jetzt kein dann geh am besten mal in Nitrado rein und schalt jetzt mal Keep Inventory an stimmt falls das heute nochmal passiert kann auch über Ingame machen ja oder Ingame genau nee alter die also ich würde es machen da kommt auch gerade bei äh beitragend sehr traurige Musik im Endergon ja oh je oh je aber ja oh scheiße schreibt Gabi hier und die Darkside oh weh das ist nicht gut ja vor allem Diamantschwert, Diamantschaufel, Diamantspitzhacke, die Rüstung, alles drauf weil ich kann den Streamer nochmal zurückspulen und ich gucke mir das nochmal Gott sei Dank habe ich ja noch eine Schaufel und eine spezielle Dings jetzt nicht verzaubert geht leider nicht überhändig geht das nicht so geht es ja drüben nochmal nochmal einen Weg rasky rasky wo bist du denn runtergefallen bei der Festung in die Lava in die Lava bist du weit rüber gesprungen ne ja und was auf der Fino hier oben ist ein bisschen leer Moment Moment das kriegen wir schon wieder irgendwie auf die Reihe das kriegen wir schon wieder irgendwie auf die Reihe jetzt muss ich mich gerade erstmal wieder fangen so jetzt muss ich mich erstmal wieder fangen mach das und jetzt ging sie hinter ah hier ist der große Erdfinger so erstmal das wenigstens erstmal das normale Schauf und normale Spitzhacke da haben wir auch so wir brauchen das Wochenende steht eine neue Höhe erstmal ja ein bisschen Korrekt waren also ja ich habe schon gesagt ich werde wahrscheinlich jeden Sonntag Stream beziehungsweise jeden Sonntag eine lange Folge machen um das passt einfach bei den Z-Rhythmus rein genau also nicht sein jeden Sonntag eine neue Folge nie nicht jeden also entweder einen langen Sonntag und ich nicht die Zeit habe und streamen oder ich streame halt eben und ich sehe schon meine ja so würde ich das auch machen denn ich meine ich hatte am Anfang letzte Woche hatte ich 15 Diamantblöcke ich habe nur noch 5 nur noch 5 Diamantblöcke was hast du damit gemacht was habe ich damit gemacht ich habe Werkzeug hergestellt liebe Anni dann habe ich den Schmied eingerichtet ich würde das so gerne Diamantblöcke abgeben ich habe über 2 Stacks davon da geht eine ganze Menge drauf Anni für die Einrichtung des Waffenschmieds sind glaube ich 6 Blöcke 6 Diamantblöcke draufgegangen Roland Matzen Roland Matzen heiho der Fassgard das kam jetzt immer im Duo hiho schreibt der Liebe oh ich bin jetzt gerade echt deprimiert sorry ich bin gerade jetzt etwas am Boden jetzt muss ich mich erstmal echt fangen mach das ich hätte mit erstmal kein Schwert NeuCraft ne das mache ich jetzt nicht ich schreibe mir mal gerade auf was ich auf dem Schwert hatte ja das heißt ja oh alter so ein Mist hier irgendwie geht es runter so ein Mist und hätte ich nur Keep Inventory ich habe weiß ich habe noch vorher überlegt machst du Keep Inventory an oder nicht deswegen schalt das doch dann jetzt mal an ja das habe ich ja jetzt ist es hier an jetzt ist es alles gut so ich hatte Haltbarkeit drauf Haltbarkeit glaube ich 3 wenn ich mich nicht irre dann kannst du dir einen Wegpunkt machen Delfino wenn du möchtest beim 2 hatte ich drauf was hätte ich denn noch da drauf also ich habe nur ein nacktes Grundprofil ach so ja so ich habe die Lava mal gerade weggemacht das müsste hier erst alles wieder einrichten quasi so ein Mist da muss ich nochmal in Ruhe schauen komm weiß ich jetzt nicht auswendig ich hatte ne ich hatte ne Diamantspitzsacke soll man da schon mal unsere Base aufbauen was denn? äh die Gabi fragt mit Darkseid äh folge schon durch also hier hier fast die Hörte und Hallo 3 Schaufel hatte ich auch noch mit Haltbarkeit ich kann ja schon mal anfangen ihr könnt schon mal anfangen macht ruhig ich muss mich grad erst mal fangen und alles aufschreiben was ich jetzt verloren habe Sertrick nimmt mal ja das Wort ist jetzt mal die Vertretung für so eine Ja mach du mich gerade bitte hier hinten ist auf jeden Fall so ein Witterskelett so ich hab mir das mal grad noch hier jetzt gut Achtung hier kommt gleich noch ah hier ist der Spawner hier ist der Spawner hinten ist erstmal hier ein bisschen solche erstmal Drohnen stellen so ne kleine Base bauen ja ich hab hier auf jeden Fall Cobblestone machen wir erstmal dicht so Eisen haben wir ja nicht ich hab erstmal ein paar Drohnen mhm ach essen brauche ich ja auch mal noch vielleicht oh ich hab ein Stecks ich hab ein Steck leckere Stecks verloren na gut die Stecks krieg ich schnell wieder dann gibt's dann jetzt mal gebratenes Schweinefleisch das Werkzeug hier unten rein am besten dass wir das aufteilen irgendwie vielleicht vielleicht bauen wir den ja irgendwie 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 alle sind da mhm die Ressourcen tue ich mal da drüben rein ja genau in die ganz kleine Truhe können wir da ein bisschen das Essen rein machen guten Abend Fazi guten Abend hallo ja ich bin auch wieder da was man nicht alles ja mitnehmen schon Montag zurück jo hallo Faskert naja Urlaub fast ganz lange waren ja ich wollte es nicht so schreien wer hat denn jetzt ja aber war ganz schön so Freunde hört ihr mir mal kurz zu also ich hab jetzt ne Diamantsspitzak und ne Diamantschaufel ich habe aber kein Schwert beziehungsweise einen Bogen ich hab nur Essen und Schauf und Spitzak und ne Rüstung aus Eisen mhm sonnenschein ich hab noch ein Eisensperr im Inventar das kann ich dir tun das ist noch lautet ich würde einfach mal vorschlagen ich lass euch den Vorhang bei der ganzen Klopperei jetzt und ihr gebt mir dann die Sachen einfach ab jo was ihr alles gesammelt habt nehm ich in mein Inventar ich stütze mich jetzt nicht mehr so sehr in den Kampf weil ich muss jetzt mit den Ressourcen etwas äh spaßig umgehen weil nächstes Wochenende das schon mal teleportierst du dich jetzt zu uns mit dein Magistrat ich teleportier mich jetzt zu euch ja weil ich hab jetzt weil ich war ja eigentlich schon eben da also von daher Moment ich muss noch zu euch teleportieren andersrum mhm so Delfino Achtung Achtung hier äh der hat sich auf mich fokussiert wow 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 ich hab keine Schwerte oder irgend sowas Jungs das müsst ihr jetzt regeln wie gesagt Juso Guten Abend Siebenkaps Guten Abend Hallöchen Wunderbar Wunderbar Ist der Schädel jetzt voll Jus Ich fühle mich ja unbegrenzt Äh Kommt mal ordentlich rein Freunde Gib mir mal ein Eisenschwert Genau gib mir mal das Eisenschwert So So Dann kannst du wenigstens ein bisschen mitcampen So jetzt hauen wir mal hier rein jetzt gibt's mal ins Gemetzel So Freunde Jetzt ist Schluss So die Schwiegermutter So die Schwiegermutter lacht Hehehe An ihn wieder Oh alter Ja Ich wieder Schön dass du wieder da bist Ich bin ganz schön aggressiv Gestern schon vermisst Ja ich war in Halle Ach in Halle warst du Ja in Halle In der Halle warst du In Halle Es war saukalt Aber schön Achtung ich kümmern die hier Ist vielleicht ein bisschen äh unpraktisch oder? Achso wer soll das machen? Bei dem? Dö Tschüss Uh Ja kann man ja auch Nicht sinnvoll Unterfall Boah ich muss mal die Monster etwas leiser stellen Moment mal Musik und Geräusche So Das war nämlich deutlich zu laut Achso das ist ja so einer am Film So einer ist ja Ich tue mir mal ausleuchten Boah Alter sind die aggressiv Ohja Kommt die da einer Ich habe übrigens gesagt klickspammen ist nicht effektiv Jungs haut mal jetzt gemeinsam rein Lass mal alle gemeinsam rein gehen auf ein Schlag hier Wer hat dann geklickt? Ach du Scheiße Nimm dir einer seine Sachen mal auf am besten Ich bin dort Der soll entscheiden Ich dachte du hast die Inventur jetzt an Da ist der Ceron? Habe ich Der Ceron Hallo Ceron Hallo Ceron Hallo Ceron Hallo Ceron Mit dem bin ich beleidigt Ich habe mich wieder beleidigt Es muss mal wieder sagen Niemand seine magische Kraft gefällt Wer ist beleidigt? Ich bin beleidigt mit dem Ceron Moment Moment Er hat mich voll in seinen Pixel freigeguckt Und er hat gesagt am Ende gibt es eine Überraschung Und es gab keine Ohhhh Hat er halt den Pixel freier hochgeladen Ist die kleine jetzt beleidigt? So Moment kurz Wer ist alles tot? Tklok Wöweser Wöweser Meins nicht Meine Handy war das Nein Mein Handy war das Mein Handy hat Toga Wer ist alles tot habe ich gefragt Nicht Ich Ich Alle außer euch Alle außen selbst recht Warte mal Also der Pino ist tot Jep. Scheiße. Da bin ich wieder. So. Ja, wie viel seid ihr auf dem Server? Gut. Gut. Komm, kommt mal rein, da stirbt schon der Hauptmann, sagt der liebe Zeon. Hahaha. So. Ja, das geht schnell. Die sterben alle genau. Waren zu viele Evita-Skelette. Boah, komm her. So. Mein Bogen hat es wohl nicht überlebt. Ich sammle mal gerade hier das ganze Inventar von irgendjemandem ein und tue es in die Ruhe. Der ist aber schon ein bisschen angeschlagen. Ja, das wird dann wohl meins sein, ja. Wo sind die ganzen Lohen? Ich warte auf euch. Ich bin am Spawner. Wir müssen uns jetzt wieder ausrüsten. Wo habe ich denn meine... Ach, da ist mir der Mann Schaufel. Hat es meine Schwierze weg? Ach, aber mein Bogen hat nicht überlebt. Na ja, gut. Man kann eben nicht alles haben. Der Wunsch hat gerade, er war leider den ganzen Tag unterwegs und hat es erst jedes eben an den Rechner geschafft. Ja, das ist ja kein Problem. Schön, dass du trotzdem die Zeit gefunden hast, bei uns vorbeizuschauen. Das ist ja... So, dann holen wir uns schon mal rein. Einmal rein. Dann schaufeln, die Schaufel, die Schatten. So, ich hab jetzt so zwei Böden. Ich würd mal sagen, wir machen jetzt mal... Wir schalten mal die Spawner jetzt aus, also leuchten hier aus. Wer hat meinen Fluchttunnel zugemacht? Wer hat meinen Fluchttunnel zugemacht? So komm mal raus Das war eingesperrt Drei auf einmal ist einer zu viel Sonnenschein hat die zugemacht Sorry, ich wusste nicht, dass du noch drinnen bist Ich habe doch gesagt, ich bin die ganze Zeit drin Habe ich nicht mitgekriegt Jetzt bleibs aber auch drin Achim, ich hab keine Fragen Ich bin da noch keinmal gestorben Das ist der Unterschied zwischen uns allen Wenn wir da eingesperrt, das kann doch nicht sterben So, ich würde sagen Wo war denn jetzt hier die Truhe? Da war die Truhe, ich fick schon gar nicht mehr durch Werden die ganzen Pfeiler eingesammelt? Weil ich hab keine mehr Gute Frage Abgeben, der für nur Moment Hier 24 Ich hab auch 24 Ja, passt, passt Auch noch jedes Nahrung drin In der Kiste, falls jemand da was benötigt Quatsch, wofür denn? Wir sind schaufeln Oh man, nicht genau Wer noch mal Wer noch mal Die Ruhe noch von ganz allein Das ist meins Ich hab gerade wieder Käse genommen Ich hab gar keine Pfeile mehr Ich wollte dich gerade wieder fragen Oh, Käse Jaja Du hast schon Käse in der Stadt Ja, wie so eine Käse-Mause sind Ich bin vor gestorben Wenn er mir mal ganz kurz zuhört Entschuldigung Kurz mal zuhören, ne Also Nimmt am besten nur ganz wenig Essen mit Nicht, dass es verloren geht So, jetzt geht es erkundig Ich erkunde ich mal etwas weiter Die Tour Die Höhlenfeste Die Nähte am Ostern So, jetzt haben wir hier Ein Eisenpferderes Das war ein Fluchteres Ein Sattel, sehr schön Wollen wir hier noch so ein Angebot Damit man ganz schnell wegrennen kann Mal gucken, was wir hier noch so oft Wir hier noch so finden Oh, das ist gut Das ist sehr gut Das ist sehr gut Ich hab das Gefühl, ich hab einen Schatten auf der Linse Nee, ist Dreck Wer hat einen Schatten auf der Linse? Wo seid ihr denn? Ich Äh, ich bin bei mir Und ich bin bei mir Nee, Fuzzy hat den Schatten Das liegt nicht an der Linse Und auch nicht, äh, an nem Fleck Moment, Frau, ja So geht das nicht Hey, da ist wieder einer Was? Die ist immer so frech Ja, dafür, Pino, aber wo Oh, hier haben wir noch ein bisschen closed Und ich bin mal weitergegangen Nein, du bist frech Ich wollte mal die Die Festung mal etwas erkunden Um einmal zu schauen Was es noch so alles gibt hier in der Festung Ja, gut Ich komme gleich zu euch, dann findet ihr mich Komm gleich zu Ich sammle gerade nur noch den Kloster ein Sehr gut Ach, Mist So weit, ich bin gleich bei euch Hm 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 Ihr möchtet mich jetzt eigentlich gleich sehen Auf der Minimap Also ich habe mich eine ganze Zeit Oh, hm 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 Ja Pass auf, der Vino Haune steht, ne Schaltest du mal den Körner denn eigentlich aus? Indem du ihn abbaust, was ich aber nicht möchte Weil ich möchte, äh, noch die Möglichkeit haben hier weiter EPs zu sammeln Ich glaube, äh, der Pigment steht ja gerade ungünstig Hm Oh, oh Äh, Fluchttudel Wer stirbt da wieder? Ich geh mal raus Ja Oh, hier ist auch einer Der hat jetzt von hinten kommen So, wollen wir mal das Kloster da Oh, 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 was hast du gemacht? Oh, 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 oh Nein Anni, was machst du eigentlich? Ich gucke nur den Stream Scheiße, jetzt, äh, jetzt greifen wir uns alle auf Ach so So fix und fertig von meinem kleinen Ausflug Das glaube ich, Anni War mit Sicherheit schön, aber auch sehr anstrengend Schön und anstrengend, genau Äh, ach, bitte nicht nach draußen gehen Die, 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 die War die gra- reinste F- R-E-S-S-Borgie Ja Ja Oh, der kann, ne Immer rennen, Schlund Ja Ja Aber war lecker Wildschwein hab ich gegessen Wildschwein, ja, hattest du ja schon erzählt Knödel und, ähm Rotkohl Du musst morgen früh mal ein Hm Was für Knödel? Äh, Kartoffelsknödel Knödel mit Spek Okay Sich abhauen müssen und dann Ach so Aber lecker Ja Also das Fleisch war so zart Ja Das brauch schon mal nicht mehr schneiden Das ist doch gut, das hätten wir doch gerne Mit der Zunge zerdrücken Genau Oh Oh Jetzt machst du mich, nein Die Knödel kannst du behalten, aber das Fleisch hängt auch Aha Hm Hm Wir sind voll im Stress, obwohl es eigentlich besinnlich sein sollte Ja 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 Wir reden eben alle ein bisschen durchschlunder, ne Wir reden ja nicht, weil wir sind, glaub ich, inzwischen zu viele hier auf dem TS Oh ja Wir sind so viele Wir sind so viele Daran liegt der, ne, verzieht, bleibt mal schön Wir haben schon 20 Uhr Wir haben schon 20 Uhr Wir sind so schon so viele Nein, ich meine, das ist nicht so sehr Nein, ich meine, das ist nicht so sehr Nein, ich meine, das ist nicht so sehr Stoß, aber kann er wieder Einfach dabei sein Oh, sorry Ich glaube, ich habe den Delphino geschlagen So wirklich Da kann er nicht Ja Das Tobaume da rein Huh Wo was essen Also wir haben schon Schon im Himmel, dann haben wir ja schon Schon zahlreichen Neterquartz Es wird immer mehr und mehr Das ist gut, die Ausbeute, die wir bisher haben Ja, wir haben schon 23 Lohenruten Ja, also die Ausbeute ist gut Das muss ich wirklich sagen Ja Ja Komm mit auf Äh, während ihr weiter könnt, ich gehe mal noch ein bisschen die, die, die Festung erkunden Mach da Mal schauen, ob ich noch Patronen finde Hät der Gang hier am Ende wirklich schon auf? Äh, ja Ja Ja, schade Okay Die meisten stehen da oben Da da Treppe, wo es rausgeht Ja Mal schauen, wie groß ist die Festung überhaupt Ja 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 Wenn du X drückst, kannst du da besser sehen Ah ja Danke Ich gehe jetzt weiter Hier geht es weiter Hier geht es weiter Hier geht es weiter Ja, jetzt hört man nicht geizig, also man bisschen Schauen wir mal Wo seid ihr da Wenn ich fragen, doch da In der Niederfelsen, wenn ich schon wieder schluss Nee, ist nur ein Schluss Ah, Moment, wir gehen hier am Rand der Karte, ahaha, das ist nicht Ist das die Darkseid? Nee, die Anni Ich war da, Anni klickt ein Hier geht es weiter Stimmt, das quietschenfähig Stimmt, das quietschenfähig Für die Brauerei Eigentlich wird man nur Bitte schlipsknack Ja, aber heute habe ich eine Hier ist ein Ende Gelände Hier oben Hier unten geht es aber noch Hier ist wieder eine Truhe Sehr schön Ein Goldschwert Boau Neterquarzen Eine goldene Pferderüstung Feuerzeug Und ein Neterquarz Genau Wo ist denn das Lohn? Da möchte ich jetzt nicht hin Moment, wo bist du denn? Der Trick hier war das die mehr er hat dort als Sackgasse okay das ist nur ein paar Malte der Gmw aber auch der Truhe zwei Diamanten goldene Fährteristen Orten war Super Sertrick noch der Uhr ein Diamant zwei Gold ein Feuerzeug schon wer aber man ist leer und der Schöne er hat mir gleich mal die Sachen bitte geben wir haben bei der Kirche schon mal auf das haben wir alles in meinem Inventar genauer dankbar dass hier oben sondern machten sehr schön dass hier alle schon geblüht worden ja ja das wird wahrscheinlich werden wahrscheinlich die amten gewesen sein genau das hat mich 8 achten kann man nicht sterben genau dabei war es wunderbar Prozent moment der Kno Prozent der Rade schauen aber in der Sitzung wo geht's denn hier hin da geht er war weiter ach hier waren wir schon hier waren wir schon hier rüber geht es noch wo ach da ja ich sehe es ja ah das ist ruhe oh ja zwei gold bahn goldharnig und drei vier ob sie ob sie kommen da ist ein gold bahn goldharnig eisen diamant fäder rüstung goldharnig kisten sollte man ich mitnehmen oder damit man gleich weiß dass sie geblündet sind ja könnte mitnehmen wird oder Lohr das ist ja noch ein neues Abteil der Kino zurück Mutter geht es nicht weiter ja da geht es nicht weiter okay dann dringend ja also da die Ausbeute ist schon wieder ganz ordentlich in Woche aber zweitens der 15 Diamantblöcke rausgeholt und heute kriegen auch schon wieder einiges ich habe Prozent zwei goldene Pferde rössern gar nicht mehr schätzt es ist nichts jetzt gehen gehen mal wieder dabei war der Ausstattung auch nichts ganz sicher es hat er sich hier in die Richtung was ist damit das steht noch drüber der kräfte ich nichts nö nö da war wirklich nichts wir wollten doch die Drohnen abbauen oder ja ja genau Drohnen abbauen und ausleuchten wenn man weiß wer schon wo reingerahnt ist ja hier erstmal nicht ausgeleuchtet ich habe aber keinen oh 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 eine Fackel dabei mach du mal Delfino mhm okay da ist Sackgas dann häng ich noch eine hinten an die Wand da ist alle mh gut ja welchen Dank kann man jetzt noch gehen das ist hier die Frage hier hinten sind noch Gänger mh mhm ach nee du schaffst das halte durch wer ich? also gerade geht oder? ja ich hab geht ach das sage ich doch er wolle du stirbst jetzt Köln da haben wir haben und du stimmst jetzt ja wohl da freut sich einer Mensch das ist doch ja die Lohre er lebt nicht mehr so um die Branche ich will sagen hier ist alles abgearbeitet da muss man ausgelöscht aber da ist nicht sein hier noch mal an die E-Marschern haben gerade mal in der Wahl nichts mehr genau damit einfach klar und zu 100 Überraschungen der andere Überraschung wo ich habe doch gesagt ich bin beleidigt mit ihm weil ein Prozent sein wenn er nicht verraten ist er eine sichere bereiten in einer neuen Räume begann aber er hat ja was am Ende des Videos aber er hat es nicht gesagt das war so lang das wahrscheinlich verglichen sein sagt das Jahr und der ja es glaube ich ja nicht wenn wir den Titel verraten oder es ist sehr ordentlich weil sie auch das bleiben zu rechnen sag ich mal so So, okay, ich würde sagen, wir haben jetzt alles hier, oder? Ich bin gerade im letzten Gang. Sind wir in den anderen Gang? War da auch schon jemand hier rüber? Da? Äh, Moment. Na, hier ist nichts. Wenn wir dann hier fertig sind, dann würde ich sagen, machen wir uns zurück nach Himmelstern. Denn ich wollte ja eigentlich noch nach der Nethatour noch etwas weiter bauen. Ja. Das war ja eigentlich auch noch so ein Ziel. Oh, nein, nein. Enrico, wirklich hattest du jetzt nichts Gutes dabei? Oder was hattest du? Na, Eisenwerkzeug und so weiter. Ich war dort hinten, dort, wo der Bad, wo es zu dem Balkon rausging. So, warte mal. Oh, ist das jetzt ein Wittelskirchschädel? Nein. Fast. Fast, fast. Ah, hier geht's nicht weiter. Weil jemand von uns vor uns diese, ähm, die, die es eigentlich friedlich sind, der Meter, die die Skelette tragen, gespüchen hat. Und jetzt greifen die ja natürlich an. Ja. Das ist der Mist an der ganzen Sache. Ach, wir haben ja auch Kohle, sehe ich gerade. Sehr schön. Ah ja. Sehr schön. Ah, genau. Ich bin jetzt hier wieder in nirgendwo mit der großen Blast umsolle. Es kommt aus den Nachbaufestungen. Ist aber nichts Großes. Ja, ich sehe es gerade auch. Da habe ich es bestimmt vergessen. Ah ja. Na, mal gespannt, was er da wieder hat. 3M Land wird befreundet für alle. Das glaube ich eher nicht. Das glaube ich eher nicht. Okay, siehst du, wie alle probieren, auf den Server zu kommen. So. Äh. Schnell. Auf der Arm. Enrico, wo bist du jetzt gerade momentan? Am Spawn. Am großen Welt Spawn mit der großen Gloucester und Säule. Hallo, hallo. Äh, ja, ein. Hallo, der Fete hoch. Ne, schau nur, ich habe vor allem einen Umbrach. Moment mal kurz. Aber die reagieren nicht mehr. Die haben das schon wieder vergessen. Oh, weia. So, was haben wir denn hier in Eisen? Ich dachte, du jetzt vom Server fliehst. Eisen, lass mal das mal da. So, ich bin jetzt wieder im Lager. Genau, ich warte jetzt erst mal, bis alle hier sind. Genau. Ja gut, äh, wie soll ich herkommen? Ja, warte, bleib jetzt mal jetzt da, Esmeinrico. Du wirst jetzt, ich werde dich jetzt nicht hierher teleportieren, denn wir werden jetzt aus dem Meter zurückkehren. Okay, gut, dann laufe ich nach dem Milzstern. Ich habe ja den Wegpunkt. Genau. Wo ist denn, wo ist denn jetzt der Rest? Wo ist Cedric? Cedric, den habe ich nicht mehr gesehen. Ich bin unterwegs. Und Cedric habe ich nicht mehr gesehen. Ja, da ist seinen eigenen Weg gegangen. Er hat sich davon geschlichen, der Schlawiner. Nee, ich habe es wieder. Ja, immer nur den linken Fackeln folgen und dann geht es schon. Ja, ich habe es auch gerade aufgefahren. Rückzu ist links. Da wäre es so. Ich bin auch zurück. Oh, ich bin auch zurück. Ach, ist da noch was? Das ist nur eine... Der ist kein, kein Weg. Der ist kein Weg, der noch wichtig ist. So, Cedric ist da. So, dann... Wo war denn jetzt? Hier war die Truro. Nee, da war nicht die Truro. Wo war denn die Truro? Ich bin schon selbst gar nicht mehr durch. So verwinkelt ist das hier. So, ich würde sagen... Genau, nimmt alles Wichtige mit. Der Rest bleibt hier. Und dann gehen wir zurück. Äh... Äh, wie meintest du denn von Weltspawn? Bist du in Himmelsstern? Kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht. Lass doch einen Wegpunkt. Ich habe noch keinen, keinen richtigen, ähm... Weltspawn in Himmelsstern eingerichtet. Ist ja da nicht noch keine Zeit dafür gab. Äh... 4.000. Ah, wunderbar. Viel Spaß beim Aufsuchen. Ich habe fast vor den Führern. Äh, Ceron schreibt gerade im Stream. Wenn ihr nach dem... In den Chat schreibt, ja, wenn ihr nach dem Stream noch etwas Zeit habt, können wir dann den Termin für die Weihnachtsfolgen auf Zeichnung absprechen. Wird ja langsam Zeit. Das betrifft ja Anni, Delfino und Daxide, denke ich mal. Ja, Daxide glaube ich nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wenn ihr alles eingeladen habt, wenn ihr alles dabei habt. Ja, da müssen wir wieder drauf. Da müssen wir wieder drauf. Genau. Genau, weil ich alles... Oder hier auch. Wenn ihr nach dem Stream noch etwas Zeit habt, können wir ja dann einen Termin für die Weihnachtsfolgen aufzeigen. Ja, können wir machen. Hat jemand jetzt ein bisschen Essen, weil ich habe nur noch drei Stakes. Hier, komm her. Bitte. Dankeschön. Bitte. 4.000 Meter nach Fischbastern laufen. Oh, hey. So. Nicht so negativ, Henrico. Das ist doch Zeit. Das ist doch so einfach. Genau, du hast Zeit, bis Weihnachten muss da sein. Genau. Na, Dankeschön. Jetzt können wir ja noch in Ruhe alles Quarz mitnehmen, was auf dem Weg ist. Es hält mich nicht, wundern, wenn ich bis dann noch irgendeinen NPC-Dorf jetzt auf dem Weg finde. Hat irgendjemand von euch meine Spitzhacke gerade eben gesehen oder hat die jemand anders aufgenommen? Ich habe die nicht. Das war deine, ja. Dann habe ich die wohl, wenn ich die wohl falsch reingeschaut habe, dann hatte ich doch nur eine Eisenspitzhacke dabei. So. So, Ceron freut sich darüber, dass ihr bereit seid, nachher noch ein bisschen länger zu bleiben. Intens ist Klaustern auf dem Boden, das tue ich mir nicht in Geld an. Klaustern auf dem Boden? Habe ich das übersehen? Ja, hier hinten. Wo? Ja, hinten. Oh, hier hinten. Wo, hier hinten? Äh, ja genau, Delfino hinterher. Nee, ist anscheinend, genau. Ah ja, okay, brauche du mal ab, ich hole mal gerade Neter-Quarz hier noch aus. Ja. Ah ja, da hinten ist mein Mänger, der Neter-Quarz. Das kann ich ja wegwerfen. Nix. Alles wichtig. Dann sehe ich was. Äh, wem kann ich hier Quarz geben? Mir. Mir kannst du den geben, wunderbar. Danke. Ich verarbeite den mal gleich. Der Arme. Also wenn ich vor Weihnachten noch ankommen sollte. Wirst du schon, denn wir sind noch nicht so schnell wieder zurück. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt so, in Himmelstellen liegen, glaube ich, anderthalb-Stack-Quarz. Bisschen könnten wir schon noch bebrauchen. Da ist noch was oben. Das können wir noch mitnehmen. Ja. Okay, ich würde sagen, wir lassen es jetzt mal gut sein. Okay, dann gehen wir mal wieder. Nächstes Wochenende steht ja dann so oder so wieder eine Höhlen-Tour an und dann schauen wir mal. Das ist dann der 25. Stimmt, das ist der erste Weihnachtsfeiertag. Richtig. Oh mein Gott. Oh Gott. Ist schon nass bei einer. Also da bin ich auf jeden Fall dann nicht dabei. Weil bei mir. Geht nun mal vor. Lört bei mir genauso sein. So, hier ist der große Erdfinger. Wo seid ihr? Ihr seid weg. Also ich bin hier. Der Vino ist da. Ich bin da und Dings ist auch da. Ich bin auch da, ja, ja. Hier ist der große Erdfinger. Und der Erdfinger sagt, wir sollen hier lang. Genau. Der Erdfinger? Ja, folgt mir einfach. Ah, da, der Erdfinger. Okay. Der Erdfinger. Ah, der Erdfinger im Nader. So, wie viele Level habt ihr denn inzwischen wieder? Äh, 20. Ich hab neun. Ja, gut, aber da können wir immerhin etwas verzaubern. Dann haben wir, dann sollte ich bald an die 25 Verzauberungsbücher haben. Ja, das kann man dann arbeiten damit. Da kann man arbeiten. Da kann man dann schön sich was zusammen kombinieren. Ah, da geht's runter. Da geht's rüber. Moment, bin ich, glaube ich, falsch, oder? Hey, dann da ist man was im Boden. Das muss man sich rausreißen. Aber gerade schauen, wo ging's denn? Dann ging's da um. Ah, da ging's da. Falsch, die Hütte. Ah, da hinten, genau. Ratsch, die Hütte. Hier geht's da, genau. Da geht's nicht. Waren wir noch auf C-Trek, damit wir alle wieder zurück sind. Ist so ein bisschen Quarz. Steinschweiß hat gedauert das ein bisschen länger. So, wir sind jetzt bei 2 Stunden 48 Minuten. Ja, das wird noch ein bisschen länger, also noch will ich nicht aufhören mit dem Stream. Du weißt, ey, nur wir werfen dich dann raus. Ja, ist klar. Richtig, ist klar. Also, Cero, du musst dich noch bis 1 Uhr gedulden, ne? Nein, du Gott, das ist wild. Nein, du Gott, das ist wild, so lange werde ich nicht streamen. Ja, das ist wild, so lange werde ich nicht streamen. Ja, das ist wild, so lange werde ich nicht streamen. Ja, das ist wild, so lange werde ich nicht streamen. Bisschen Zeit würde er schon haben. Also, mit halb 10, viertelviertelviertel streamen gehen wahrscheinlich. Das hatte ich mir eigentlich schon vorhin eingedacht. Und das ist nur noch mal klarzustellen. So lange werde ich ja letzte Woche streamen. Wie lange habe ich nicht zugehört, sorry. Bis halb 10, viertelviertelviertel war die Zeit gedacht. Hm, also fast gedacht. Ein Stündchen noch grob. Noch ein Stündchen, ja. Das war's. Das war's. Da ballert sich wieder eine von hinten. Was? Willst du denn? Komm her? Oh, Tocke. Ulister Priest, Ulister Schwein. Na, komm her. Wann komm her? Sein Hälter hat auch noch eine Füße. Der weicht aus, das Sack. jetzt habe ich ja wohl so tot ja aber hat nichts getroppt oder oder hat eine gastrainer getroppt ja er hat er jawoll sehr schön was werfen wir dafür mal weg was werfen wir denn dafür mal weg wenn der hatte doch eine ja die gasträger wirklich wertvoll ich kann ich fürs braun gebrauchen Nürnberg und von trinken da kommen sie an ich habe es mal herangesucht und mit f1 Modus macht das ein bisschen mehr Spaß auf Fernseher oder TV Modus mehr hoch Leute immer hoch ach ja wir müssen nur oder nehmen das sind die Fakten drüben müssen da vorbeiratet dann müssen wir und hier müssen wir dann äh wenn ihr schlaft sagt Bescheid wir sind im Nähter wir müssen nicht schlafen wir müssen nicht schlafen du kannst alleine schlafen für dich ja gut aber ich habe kein Bett das ist da ganz schön dann hol dir ein Schaf ganz scharf ja ich habe noch kein Schaf gefunden ausreden muss ich eben auslocken mal dann lock dich doch ruhig aus genau ich habe Zeit ich werde noch ein wenig am tp arbeiten die alten Glastexturen sind schon wieder drin aber es gibt noch eine Menge zu tun ja in Glastexturen heißt das du machst jetzt alles wieder rückgängig oder wie mit den Glastexturen nein ich schätze mal das würde mich jetzt doch mal in Trin drehen nochmal das dann ein bisschen anpassen er wird es halt zurücknehmen und anpassen genau ich finde es ganz schön geworden dieses durchsichtige Glas ja mir also ich persönlich hatte ja auch als kommentar geschrieben dass das mittelalterliche Feeling da etwas fehlt man vielleicht wäre ja ein Rand ein Holzrahmen wäre ja vielleicht schon hilfreich gewesen vielleicht wäre das ja nochmal eine Idee zu erinnern dass da so ein Holzrahmen wie bei der normalen Glastextur drin hat nur beim weißen Glas ist ja was wir angemerkt haben es haben viele schon verbaut ja aber gut ich finde das überhaupt am weißen Glas arbeiten weil ich fand das vorher auch schon furchtbar ich fand das war es am besten von Angläsern also ich fand alles super ja mir doch das weiße wie es war bis jetzt hat es mir eigentlich sehr gut gefunden mir hat es auch gefallen mir hat einfach der rote Fekt da drinne der hat mir nicht gestorben weil wenn es weißes Glas ist dann kann ich auch nicht aber gerade der hat es ja speziell gemacht warum es manche verwendet haben soll es eh das Glas das muss der Mann entscheiden somit mal kurz ich mach mal er machen in die Welt auch schätzt sie mal etwas lauter die ist bei mir sehr leise wie die Mannsauber drückt sie fast ins Ohr rein Jesse Schülstein manchmal selten die nur es liegt nun seine Einstellung ein Scherz zu fast schon jetzt haben wir aber gleich da dauert es schon ein schöner Prozess außen wie der Tag ist oder zehn Minuten also was heißt 7 7,5 ok so dann hoffe ich mal rechtzeitig raus oder ne 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 5 Minuten ist nacht 5 Minuten ist nacht also müsstest du in äh 2 Minuten wieder drauf können oder in 3 so zirka ok genau oder eben jetzt gleich wenn wir rüberswitchen und uns in unseren Betten leben ja deswegen also ich will nicht unhöflich sein aber beeilt euch weil man da auf drei rüber gehen oder erst mal unsere Sendung hier rein nehmt mal bitte eure Sachen jetzt mit hier raus nehmt mal macht man die Thron leer ich hab keine ich hab keinen Inventar nutz mehr ich hab keinen Inventar nutz mehr ich hab Plätze ich hab Plätze nimm mal alles mit ich hab mal da die ganzen Schümer nimm die Labzlazuli die Nähte Netarek mit den Seelensand Seelensand auch bitte ja ja alles mitnehmen und die Quarzblöcke Quarzblöcke Netarek die Knochen nimm noch bitte mit Schwarzpulver Schwarzpulver auch Serum sagt ich habe das weiße Glas ja auch oft verwendet und ich kann gut verstehen dass ihr es behalten wollt okay so sonst noch was zu mitnehmen glaubt nicht die Kisten kann ich eigentlich da lassen oder ja nehmt einmal bitte ins Bett legen wenn ihr hier auf die Map kommt hier oben da bitte ich komme jetzt rüber ansonsten es geht am glaubt euch kurz aus wenn ihr kein Bett jetzt habt weil mein steht da direkt beim Eingang ja meins ist nur hier oben ich liege jetzt ja die ist schon erledigt wunderbar aber das stand genau vorm Eingang was hat sich wieder einer gesprengt? nein hat er nicht Gabi sagt man kann ja eine Farbe nehmen die nicht so verwendet wird der ist ja genau vorm Eingang könnt ihr den mal bitte kurz entfernen Moment ich muss erstmal mein Inventar lernen oh falsch aus so da du kannst drauf kommen Enrico so wo steht denn der? ja wo steht denn der? wo steht denn der? da ist er guck da ist er eine Achtung Moment mal kurz weg hier weg hier Achtung Grieb Achtung der Fino Achtung der Fino Achtung der Fino der muss erst mal weg der noch keine Frise Zellen weg der muss weg nicht schlagen der Fino da mit dem Fall der Fino jetzt ehrlich gesagt das ist die Fische aber solle ich soll scheinern ich habe hier drinnen er wenn er mit dem Betracht aufgestanden macht er das war auch auf einmal schicht ja nicht einmal geschlagen gibt schon in die Verküste noch nicht geht es nicht Park ist in der Zeit ist einfach eine Trüste die Grußkiste ich sollte hier das dann alles später durch ich sollte hier dass er dann auch so gehen alle in die Einzelnen und genau Ornacht hat ein ansonsten Tuster trug in die Erdkiste rein ich sollte hier das dann alles kein Ding in die Erdkiste ja ich sit hier habe ich da den Rest noch rein gut ich habe dann jetzt auch ein Bett für nachts wunderbar Erde die rosa oder lila Holz nee die magenta Fenster die sind großartig die rosenen kann er ruhig verändern das ist mir egal aber diese lila ich bin ja sonst kein Fan von Lida aber diese Fenster haben einfach eine großartige Farbe die 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 habe ich noch nie verwendet habe ich gesagt die Lila habe ich auch noch nie verwendet ich weiß gar nicht wie ich auch nicht ich finde die zu extrem ich habe sie gerade nicht im Kopf die Lila die Lilan habe ich bei mir bei meinem Verzauberungshaus verwendet also bei der Bibliothek auch mit und alles stimmt ja zu wie viel ist das also ich finde das gut rosa habe ich jetzt noch keins gesehen rosa rosa habe ich auch noch bei mir verbaut die weißen und die grauen die hellgrauen und die normalen grauen die sind einfach nur glaube ich mit diesem Gitter einfach drin magenta farben die sind ja wie die grünen die roten die orange auch so verbinden wenn man die aufstellt aneinander die connected textures deswegen Prozent das sind auch nicht die magenta farben sondern die lilan die violetten ja es ist doch das magenta nee das ist wieder was anderes nee das ist wieder was anderes magenta ist rot glaub ich ne ne magenta ist nicht rot magenta ist magenta nein das wird lila das habe ich beim letzten mal vergessen abzugeben es gibt pink es gibt magenta es gibt lila es gibt rot hier liegen bücher und lapislazuli damit könnt ihr verzaubern ok ich schau mal rein 3.000 Meter heiligert mann es sind ein buch du schaust es hätte ich könnte ich auf jeden Fall 1 von 2 er hat jetzt alle bücher armen das war magenta rosa werden sonst eh nix wird sein der Film und das alle bücher waren ein glück ja kriegs will ich bin oder ich bin auch noch einiges verzaubern die barm 1 künftig verzaubern ist das nicht dass er macht im minecraft wiki habe ich jetzt bloß magenta rosa und violett und da ist kein pink mit drin so da kannst du noch ein bisschen leder und ein bisschen ich habe jetzt federfall 1 sehr schön ich kann eh nur die billigen machen die verzauber ich jetzt also wir haben richtig viele verzauberungsbücher da lässt sich was draus machen in dem pink ja nimm noch pink genau pink oder so kaum einer das kann ich bin auch nicht mehr zaubern ich bräuchte jetzt 9 level fürs nächste buch aber ich habe jetzt rückstoß bahn 1 federfall 1 effizienz herz jetzt muss ich noch mal kurz fragen wie machte man noch mal ein ende auch ich habe ja nicht so die rezepte in der auge eine ender perle und lohn staub ender perle plus lohn staub ok mache ich mal hat wieder verbindungsprobleme sein handy hat wieder den pc ausgeschossen er hat so ein spezial spezial handy und ich habe federfall 2 und ich habe ein stärke 3 buch sehr schlecht sehr schlecht gabi sagt lila raus nein genau lila ich möchte so ein milder schokoladenfenster ich habe jetzt ein ende auch gewassert brauche ich noch wenn ich schade 8 obsidien nicht umfärben kann das wäre witzig zum beispiel ne das wäre witzig 8 obsidien ist die frage wo ich das obsidian hingetan habe da werden die schweine fans aber auf marikaden gehen irgendwas jetzt wegen lila das schweinchen pink ist es ja ach so so wenn ich in pink das so jetzt kann ich auch nichts mehr die schweine in uns grab sind ja sowieso meistens dreckig da sieht man gar nicht dass die rosa sind oder pink wo habe ich denn jetzt dann würde ich sagen dann ruhe ich nicht immer durch mit dem verzaubern was habt ihr denn jetzt alles so schönes gekriegt ich habe rückstoß 1 nehmen ist der kürzer 1 stärke 3 schuss sicher 1 schuss sicher 1 schutz 1 schärfer ja 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 ok 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 ich bin ja eigentlich eingesammelt ganz viel ja habe ich aber das bleibt drin enrico nicht jemanden ja wunderschön hat irgendjemand jetzt eine spitzhacke eine diamanttspitzhacke nö ich habe nur eine eisen zu den stein ganz viele steinspitzhacke genau ein steinschaufel habe ich noch genau das 2 habe ich dir schon zurückgeben er geht kein weg dran vorbei das muss sein nächste woche muss auf alle fälle eine höhlentur sein wer du schon wieder so ich würde sagen ähm haben wir da noch irgendwo ein wassereimer denn wir gehen jetzt noch mal runter machen meine ändertruhe er mal sehen vielleicht nämlich pink der pink die unterbrechen und umarmen schoren in gieb der und schaufe die grieße schon er wird mit sehr und zu möchten genau So, ich geh da aber am besten jetzt nicht noch mal mit runter, sonst kann es gefährlich werden. Was ist denn, wo denn? Was ist komisch für euch? Oh, entschuldige noch. Ja, das ist... Das geht so nicht. Wo hab ich denn den Wasser einmal hingetan? Hier ist es mir nackt, das ist gerade dazu. Genau. So, möchte ich mal noch mal mit runter in die Höhle kommen? Ist das rot, dass ich noch nicht hi-ho anfange zu singen? Ja, ich glaube, ich komm mal mit runter, vielleicht finde ich noch mal ein Eis. Wenn ihr wollt, wir könnten ja rein theoretisch noch mal noch eine Höhlen-Tour anschließen. Dann bräuchte ich aber neue Fackeln, weil ich habe nur noch eine. Okay, gut. Machen wir noch ein bisschen Strip-Mining da unten. Ich weiß, wo Kohle ist. Ja, ich zeichne ein bisschen Ausrüstung zusammen. Nee, 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 nee. Mh, mh. Mh, mh. Mh, mh, mh. Mh, mh. Mh, mh. ich erneut sich an den grüchen der ich bin um einen nicht mehr durch ich ganz ehrlich zu soll es so nachschauen hat ihn solche und manns der kohle mitbringen hier ist kohle Trinand ober Emo ist wohl erinnert da oben ja nehmen wir die Nähe dass man trennt ist der Trick erst mal drinnen okay ich gebe zurück die Säule in der Kino bis zu Jo ich bin da hinter dir denn ja da bist du soll hier gebe ich einmal den Steckfackeln dem Enrico gewissen Steckfackeln ja wunderbar zwischen der Kurs dann auch ich habe auch keine Fallen wird wo es dann wird ein bisschen zerträgt da ich bin der Körperschmiede gewesen von der Kohle holen hier haste Fackeln bitte Dankeschön gut dann gehen wir jetzt mal runter Opa Zeon sagt Juhu Strip in der Mine Strip in der Mine sehr gut wieso ist jetzt die schon wieder da? ich glaube da ist ein interessanter oder? Moment mal jetzt haben wir leider nur keine Behutsamkeit und kein Glück gleich verholt sie mich wieder oh weia oh weia oh weia Moment ich guck mal grade Höhleneingang ich hab den eingeblendet bei mich ja ich hatte ihn noch nicht zu sehen dann müssen wir gleich mit ihren Kosenamen dann wieder ansprechen ne Ramona ich bin den Spaß dran nötchen wo ich möchte nicht den Stream auf 18 stellen müssen wegen gewissen Äußerungen und außerdem bin ich auch noch da ne ja er ist doch ein tolljähriges Gedächtnis bitte mitgenommen er ist auch der einzige wegen dem wir sowas zurückhalten müssen wir alle anderen sind über 18 ja alle ja wir sind alle über 18 außer er ist schon genau ich bin ja halb 10 schon weg so nein da muss ich nämlich eh weg und daher jetzt mach ich mal den Shader mal wieder an denn ohne Shader sieht mein Gott doch nicht so toll aus oh ja das stimmt so jawohl und ich sehe gerade wir müssen schlafen gut mal dann gehe ich runter weil mein Bett liegt noch da irgendwo oh ja irgendwo 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 ach Ceron wo du gerade im Chat bist ich wollte dir nur sagen wenn du auf die 1.11 umstellst deine Texturen für die Stein Slaps die du damals mal gemacht hast damit die sich verbinden die ändern sich in der 1.11 da musst du nochmal drüber schauen die connecten nicht mit Dunder die connecten nicht mehr diese schönen Stein Slaps die sich dann zur Säule formieren die connecten nicht mehr und die haben die alte Textur wieder genau ja und bei den Birkenholzstufen da ist auch irgendwie jetzt eine komische neue Linie drin keine Ahnung stimmt ihr könnt alle rein könnt alle rein bei mir lädt es ach ja hoffe dass er es mitgekriegt hat dass er Bescheid weiß ich bin da ich bin da und wo sind wir auf dem Weg ja ich sehe die anderen nicht mehr sind darüber da kommt aber der Fino ja wir wissen schon und so ja ich hab nochmal da weiter wo wir aufgehört haben ließen ganz viele Steinspitzhacken Dörner die könnt ihr verbraten so und wo rein in welchen Gang sucht euch was aus hier sind noch ganz viel Platz machen einfach Strip Mining hier der Fino links äh rechts rechts was jetzt rechts ja oh ah da ich sehe ich genau da genau da ist der Eingang ich ähm Moment ich hab mal grad nen Block ich hab noch Werkzeug ich hab noch Werkzeug genau so ah ja da ist der Abgang den ich das letzte Mal gebaut hab so jetzt haben wir jetzt noch etwas Obsidian hier und dann machen wir mal eine Endertruhe ja ah ja ein Teil ist mein Gehank war gespannt wieviel Diamant mit einer der Zeit rauskriegen das ist interessant ich werde mal sehen wie ich das Problem beheben kann hört sich aber nach einem Problem mit Optikvereinern ja ok ok könnte sein keine Ahnung so richtig dann wird das mit meinen Stufen wohl auch so enden aber das hab ich gar nicht geguckt müsste ich mal ausprobieren so so jetzt haben wir 6 jedenfalls über die Brücke mich runterschmeißen nein rüber aber nicht runter schließen über den Jordan eh vorsichtig hier nicht dass jemand in die Lava fällt hm nicht hier wurde so wir sind jetzt bei drei Stunden angelangt ja ja yo was machst du da ah das weiß ich noch nicht das ist das Leben vom nächsten Mal hey wer war denn hier an meinem Gangaktiv wo ein Skelett im beim Eingang aufpassen ok nein nein ich hab gestürzt so was mein Herz mein Herz mein Herz mein Herz mein Herz äähhh ich brauche nur ein bisschen Eisen da da sind Dias Dias wo? wo 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 am Ende des Ganges links ich komme gleich ok ok hier war dort irgendwo eine ... die Linger so mitten im Boden drl die Bergbank war dort beim Aufgang leuchte mal so da ist die erste ender truhe meine freunde 2 funktioniert da kommt was kommt mehr du musst wissen wenn ich die ender truhe aus nun mit botsamkeit sind kriegst du dort obsidian raus ok gut zu wissen danke hier ist weg da ist es wieder so wo war denn wo sind die dias wo sind die dias? Ende des Ganges ok ganz am Ende in die india ne? nehm ich auch so wo sind sie denn? ah ist der lavaton ja? siehst du das wasser hier? ja ich habe es hingeschüttet weggenommen ich habe es im kübel es ist immer noch da dann nimmst du lieber nochmal auf nicht dass es plötzlich weg ist das ist jetzt die falsche stelle erwischt hast jetzt hat der lavaton da hingekübelt ahja kann sein ja da war so ein luftloch nämlich vier diamanten ja ok es ist natürlich jetzt nicht die welt ah vier sind vier ich bin gleich wieder da ich bin gleich wieder da Jo boah das ist Berechnung oder? ähm sehr stolzhaftig sehr viel noch habe ich die Boa sich bedacht komm ich denn jetzt hier wieder raus wo war der Busgang? ne aber ich kann ja jetzt schon nicht mehr rüber kann es immer nach hinten laufen sehr gut ich habe mich verlaufen bei einem langen Gang Moment mal ich bin doch gerade hierher gekommen oder ich bin hierher gekommen ich bin hierher gekommen ich bin hierher gekommen kann sich doch gar nicht verlaufen da ich habe es gefunden ja ja ich habe es gefunden ja ja ne ich sage nichts aber ich mag hier die Ecke noch besser mit dreifach schmeißt du mir die alle einzelnen vor die Füße ja bitte ähm da man noch etwas grundsätzliches möchte ich mal noch erklären zu den Videos also ich werde montags keine Folge rausbringen denn da wird dann der Stream ja im Grunde genommen von YouTube hochgeladen deswegen montags kommen keine neuen Folgen das mal geklärt zu haben oi hm da ist ja Montagsschaffenspause hat Ceron eigentlich schon bei dir reingeschaut? Ceron hat mich abonniert ja also jetzt schon in den Videos ja ok also ob er jetzt jede Folge geschaut hat das weiß ich jetzt glaube ich auch nicht dafür wird er wahrscheinlich noch nicht zu Zeit haben oh nee ich würde da keine Zeit haben nein aber ja da war ein Abo da gelassen da freue ich mich schon mal drüber und auch kommentiert oder wie kommentiert glaube ich noch nicht ne aber wie gesagt er wird in der ersten Folge in der ersten Folge hat er einen Kommentar hinterlassen? ja dann habe ich noch gar nicht reingeschaut oh das hat er so laut oh 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 nicht so laut sagen ja 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 zum Glück ist er grad nicht da ja der ist grad nicht da genau die Chef ist abwesend ne 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 wer pfeift da? ich nicht die pfeife der hat ja keiner gepfiffen wer hat von euch Holz im Winter? ich nicht ich nicht ich bräuchte eins bin wieder da ja maybe oh hat niemand von euch Holz im Inventar? no ich hab nur Steine ne schaut schlecht aus da geh ich nochmal ganz kurz hoch ein bisschen Holz holen ja Holz ist gut weil ich brauch ne mobile Werkbank bei mir im Inventar so geht nix ne mobile ne mobile ne mobile Werkbank ist gut genau er macht Räder dran und schiebt's dann ach wie so ne Schubkarre ja 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 oh guck mal was hier ist schau mal was hier ist der Dreck und du holst den Baum ab du holst den Baum ab und hier liegt heulst ja ich anheulen da kann er für ne der arme Bau oder lass ich den jetzt zu stehen ne jetzt holst du ab das hab ich dir aber scheiße abgeholt was soll ich schon wieder heißen? junge Frau? mhm genau genau mhm genau genau bitte wenn man nicht stimmt das den Kommentar hat er hat's trotzdem mitgekriegt ach ich wusste mich ok er hat die beobachtet er hat's mitgekriegt auch wenn er jetzt nicht dabei war wie die Jessie die kann das echt? obwohl es wundert mich ein bisschen dass ich den Kommentar noch nicht gelesen habe denn ich hab eigentlich heute morgen hatte ich reingeschoppt bei allen Kommentaren da hab ich ihn nicht gesehen weil du die erste Folge wahrscheinlich vor mehreren Tagen aufgeladen hast oder? ja wahrscheinlich deswegen wahrscheinlich da hast du wahrscheinlich schon irgendwie aktiviert gehabt ja hast du hier wieder Schmuh gemacht was ist denn Schmuh? na Schmuh halt so oh die ersten Diamanten ja hast du schon wieder Diamanten? da bin ich wieder lass mal drinnen da bin ich wieder ich komme gleich ok kein Problem ich bin einfach vorm Server geflogen oh das geht ja gar nicht das hatte ich ja gerade auch ich bin einfach rausgekriegt oh kaputt hier sehr schön Pizza kaputt kann ich nur gebrochen um mir wieder ein paar gute Werkzeuge herzustellen so ich hab noch eine ich hab noch eine ich hab noch eine vielleicht hast du den Kommentar ja gelöscht nein ich hab keine Kommentare gelöscht um Gottes Willen um Gottes Willen um Gottes Willen Anni das ist ein paar Mal aus dem Weg drüber war das oder ist Spam markiert genau nein 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 vielleicht hat sie an so viele Kommentare an den Tag geschrieben um Gottes Willen nein das glaube ich nicht nein ihr macht mich ja schon ganz wirr na klasse so was machen wir nicht am besten schaust du einfach mal nach drüben unten drunter rein unter deiner das habe ich auch noch Mist geworden weil die mich so noch so kirre macht damit zuerst was haben wir es veräppeln Prozent ja alles gemacht draußen es ist stockfinster ja sind wir weit genug weg ja 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 es ist noch nicht stockfinster wir müssen euch gleich legen ich liege schon dann geht noch nicht ich gehe mal runter ich gehe auch er wartet ich lege mich hin da ich könnte wieder erledigt mhm so weil ihr mich jetzt so wuschig gemacht habt da unten nicht einschlagen will ich jetzt wissen ob ich achso äh Sonnenschein das mit dem Kommentar gelöscht das hat Serum geschrieben das weiß das habe ich auch gerade gelesen Lupsi jetzt will ich das aber wissen Lupsi jetzt will ich das aber wirklich wissen so live kommentieren jetzt glupi 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 jetzt bin ich gespannt Sack ihr unter welchem video hast du einen kommentar geschrieben Serum unter dem ersten das allererste der wird mir nicht angezeigt wird mir nicht angezeigt unter dem zweiten unter dem zweiten dritten dritten vierten schau mal im Spam Ordner rein also ich hab's doch ich hab's gestern noch lesen können könnte sein dass der im Spam Ordner ist Naja aber wenn Serum gestern noch lesen konnte ja gestern hm ich guck nochmal nach am ersten hab dir da was runtergewertet jetzt wie du schleimst nicht wahrscheinlich Spam ne ist nix vorhanden bei mir wird nix angezeigt Theron hat ihn gelöscht hm wer knistert denn da so ich bin doch niemand ja Delfino der nascht schon wieder ne niemand ist nur Delfino ich hab beide Hände gelegt ich kann diesmal nicht knistern ich bin das auch nicht das muss jetzt erstmal beweisen nein so mal gucken ob er jeweils zwei ich würde das nicht machen ach jo ach jo stopft sich wieder voll nein wird der Cedric wird der Kommentar bei dir angezeigt? ich nehm grad auf aber ich kann trotzdem mal gucken mir wird der nämlich nicht so angezeigt da war ja was da wollen wir mal weiter soll ja eigentlich um den Livestream gehen so ähm ja natürlich hab ich das ja ja genau hm hab natürlich hab ich alles an genau das meinte ich Cedric genau dieses Problem das ist mir nicht aufgefallen als ich gestern auf die 1.11 umgeswitcht bin genau das meinte ich so jetzt hab ich natürlich keine keine Behutsamkeit so ein Mist ich bin am ersten Video jetzt oben ja da seh ich ein Kommentar von mir ohne Antwort ne das ja dann von der Hany da hast du geantwortet von der KB da hast du geantwortet und dann diese typisch englischsprachigen ja also wird dir auch nicht angezeigt ne also Ceron da ist wohl was mit deinem Kommentar schief gelaufen also ich hab mir irgendwas lesen können wahrscheinlich mal die Meldung dass der Kommentar nicht abgesendet werden konnte die Meldung hab ich zumindest manchmal da ist irgendwas schief gelaufen bei deinem Kommentar der ist bei mir leider nicht angekommen wie es sein sollte so die Truhe kann ich jetzt erstmal nicht aufhören das muss entweder ein Fehler im Texturmpaket sein oder woanders ich weiß es nicht du kennst dich damit besser aus als ich weil ich hab noch nie ein Texturmpaket gemacht nur mir ist der Fehler aufgefallen so was wollte ich denn jetzt ähm das interessiert mich ja nun jetzt auch ich bin mal eben weg ich geh mal auf meine 1-11er-Welt gucken ob das bei meinen Stufen ist so irgendwas wollte ich jetzt jetzt hab ich's vergessen ach so ja jetzt wird's nur wieder ein also ich hab jetzt deine alle deine neuen Folgen anguckt ja so schnell ja so schnell und hab kein Kommentar finden können von Ceron ist leer also Ceron da hast du irgendwie verworfen gehabt irgendwie keine Ahnung oder oder er hat nicht gesehen dass die Meldung kam dass der Kommentar nicht abgedreht ja ist ja auch jetzt nicht das soll's jetzt ja und ich hauptsächlich drum drehen aber ich hab den gesehen wann hast du die denn gesehen aber jetzt ist er nicht mehr vorhanden oder ähm heute halb 1 ok warum halb 1 weißt du was er geschrieben hat nein ach schade gut also er hat er auf jeden Fall schön dass du anfängst und so und es schaut schon richtig schön aus und zack und irgendwie sowas ja ja Standard eben nicht zu sicher als Standard würde ich das schon mal nicht bezeichnen klingt das auch nicht nett ne na hit n sooo die letzte auf dem Server das könnten wir ändern aber ich glaube der ist jetzt mit Texturmpacket jetzt beschäftigt der ist beschäftigt und er hat einen 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 sehen was er antwortet aus Schietze was hat sich dort wird was die Diamanten an der Zeit die mitgenommen ich habe meine 1 10er Weltrat auf die 1 11 geladen worden naja hat schon jemand der Meistern und keine neuen nö bitte der sein kann ich muss jetzt mal wieder Ordnung hier schaffen im Inventa so das brauche ich noch mal genau räum mal ein bisschen auf wie sieht denn das aus ja wirklich wir können uns nicht mehr blicken lassen Eisenschaufe Werkzeug mal nach vorne das ganze der Meister der Großkisten schau zu genau der Meister der Großkisten ähm Sonnenschein ja hast du Diamant zuweiterweise irgendwo rumfliegen nochmals habe ich jetzt akustisch nicht verstanden ob du einen Diamanten irgendwo rumfliegen hast nein habe ich nicht ok warum na weil sonst hätte ich dir den Erfolg geben können oder hast du denn schon weiß ich nicht das spielt jetzt auch keine Rolle mir geht es nicht um Trophäen mir geht es ums 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 Spielen um Spaß haben aber auch Völkern ja das ist wie gesagt nächstes Wochenende ist wieder eine Hüllentour geplant als Livestream beziehungsweise als langer Sonntag je nachdem ob ich Zeit finde für einen Livestream beziehungsweise ob ich überhaupt Gäste finde die Lust haben auf einen Livestream äh genau das ist die Frage wer kann überhaupt ja eben am 25. ja schau mal mal Juhu Grußkisten Schreiber Juhu Grußkisten Juhu Grußkisten Juhu Grußkisten Darkseid ich kann es noch nicht sagen Tick Dessi wie wärs willst du auch hier noch bei mir so zielen? Tick Dessi das war ja nur ein Spiel hast du eigentlich schon Zeron erzählt, dass die Hanse leer ist? leer? Tick Dessi ach ja da war ja was, die Kisten sind alle weg, stimmt genau Delfino kann das beweisen die ganze Kisten sind ja weg, die ganze Hanse ist wortwörtlich leer genau ja das ist jetzt aufgeräumt, ich hätte jetzt mal alles ausgemistet da ist vollkommen einmal Frühlingsputz sozusagen ich weiß von nichts ja natürlich weißt du von nichts, klar Delfino war doch gar nicht ich, ich war gar nicht auf dem Server zu dem Zeitpunkt das kann ich leider bezeugen das kann ich leider bezeugen leider, dann komm ich dir nicht mehr helfen ich hatte das Problem, dass ich keine Fackeln mehr setzen konnte und sehen konnte ja das war auch interessant nur noch die Flamme das stimmt, das war auch lustig alles war duster, ob Fackeln oder ob keine Fackeln es wurde gar nicht mehr hell hat keiner mehr Licht angemacht, ich hab doch Angst im Dunkeln richtig Miep Miep äh wie konnte man nochmal die linke Hand betätigen oder wie war das auch so was ... Dworkning intentional essence um actic nix drauf genau und alle beträgt ich bin gold nicht die ist es ja ich brauche mal drei nach oben ist die Chance größeres zu finden aber eben jeder macht servieren wir uns am besten weiß Eisen sehr schön ich habe ja den Ofen mit seinem Prozent ja aber ich habe jetzt keine Kohle dabei bringt mir jetzt momentan nix ich habe Kohle im Zwischen ja wenn du welche hast nehme ich die immer gerne ich wollte dieses noch also bei Ceron wird der Kommentar unter der ersten Büge angezeigt der ist ja okay ich sehe nicht ich kann ein Screenshot checken ich sehe auch nix ja dann machen Mama ja seid doch sehr mitspieler oder haben YouTube Fehler wahrscheinlich ja vielleicht ist er noch nicht so ein Schein oder erst zu sehen weil er ihn geschrieben hat ja bei irgendjahr also mir wird ja leider nicht angezeigt wie du gehört hast den anderen auch nicht aber gut dann komm doch mal in deinem Spam Ordner kann ja auch sein hab ich eben gemacht also da ist nix unter den noch zu freischalteten Kommentaren also Ceron du musst das Kommentar auch abschicken nicht in der Leiste wo du schreibst stehlen lassen hat die ganze Zeit den Tab noch auch ist mit Sicherheit ein YouTube Fehler aber spielt jetzt auch keine Rolle das stimmt aber ein Gesprächsthema funktioniert genau also bei mir steht er auch nicht nicht oder steht steht ach er steht bei dir selbst warum wird der denn bei mir nicht angezeigt ich sehe ihn auch nicht Patrick sieht ihn auch nicht das muss ein YouTube Fehler sein würde ich gleich erzählen und rausschmeißen also meine sollen funktionieren deine sollen funktionieren ja das sind aber auch nicht die aus dem von Doomcraft von Shadow sondern ach so ja gut das ist ja was anderes ne ich dachte vielleicht spinnen die auch das kann ja sein ne aber ich hab die die Connecten die Connective Texturen die hab ich an die hab ich an da hab ich extra nachgeschaut schon ich hab sogar beide Texturen die an sind also ich habe gar keine dö 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 Mist das haut die ab und lässt die Spitzhacke mit nicht brauche dann muss ich eine neue machen verdammt ich vielleicht ist die Berechnung von den Codex irgendwie anders in der 1-11 dass das irgendwie anders berechnet wird so dass sie nicht angezeigt wird Schauen wir uns zum nächsten Mal ein bisschen mehr, bitte, zahlen. Kohle, Kohle, Kohle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eisen, Eisen, Eisen. Schmeißen, schmeißen, schmeißen. Eisen, Popeisen. Eisen, Popeisen, genau. Das hab ich auch schon lange nicht mehr geprobt. Was denn? Grongs, Minecraft. Ja. Bei deinem live in the woods. Ja. Ich bin da völlig raus. Hat irgendjemand von euch ne Glücksspitzhacke, oder wie? Und FIFA. Nein, leider nicht. Ja, ich hab noch, aber die ist so gut wie ein Dutt in der Eisen Glücksspitzhacke. Was, was denn Ding? Hast du die grad mit? Hast du die grad mit? Nein, die hab ich in Himmel stellen. Okay, also kann ich die Diamanten einfach so aufbauen jetzt? Ja. 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 Auch bei den Scheintexturen, dass du es eingeschaltet hast, ja. Und Gaby sagt, ich habe gerade nachgeschaut, sie kann den Kommentar auch sehen. Vielleicht ist er jetzt wieder da auf einmal. Ja. Äh, ich guck nach dem Stream guck ich nochmal nach. Ich... Juhu. Ich hab... Wie beschäftige ich einen Stream? Ich geh in ein Wortlaut. Und dementsprechend läuft der Rest von ganz alleine. Schöne. Wahrscheinlich hat er einen Kommentar extra versteckt. Das soll anscheinend... Ich schau nach dem Stream nochmal nach. Ja, aber wir haben auch jetzt Weihnachten und nicht Oster. Und diskutieren. Ja, ich stehe schon Oster. Ich meine, es ist nur ein Kommentar, Leute. Es ist nur ein Kommentar. Aber ein wichtiges vom Chef. Ja. Ja. Sonst scheinen wir wissen, oder? Das mit dem Chef findet er übrigens gar nicht so gut, Delphino. Ja, eben. Aber genau deswegen machen wir das ja. Hat er vorhin im Pixel freigesagt, habe ich mir angeguckt. Das habe ich noch nicht gesehen. Weil er sich ja eigentlich nicht als Chef sieht. Aber ich sage das ja auch immer zu ihm. Wenn er sich nicht als Chef sieht, dann passt es erst recht dazu. Genau. Nur wer es nicht sein würde, wäre er eigentlich auf die Idee gekommen, ihn Chef zu nennen. Weil er halt der Chef ist. Richtig. Der Chef ist ja auch eine Regel. Fertig. Er hat dir alleine gemacht, wenn man so will, unter Anführungszeichen. Sonst scheinbar ist nur. Ich bin hier im Tunnel. Wo? Bin ganz weit durch. Hast du Diamanten, oder wie? Er ist voll durch, ja. Kannst du klicken. Bin ich auch. Sag mal deine Koordinaten bitte. Ich habe eigentlich gar nicht in die Decke gemacht. So bin ich gar nicht. Ich bin schuld, kann sein. Der Fido ist schuld. Der Fino schuld. Ach, also. So, pass mal auf. Hier bin ich. Die Österreicher sind immer schuld. Echt? Ja. Ich mache es mal voll. Und zack. Danke. Und du schiebst mir den drüber und hast auch mal voll. Aber schön langsam. Jawohl, habe ich auch. Oh, und jetzt gebe ich den drüber. Danke. Was dat dat dat? Dies. Von oben. Plötzlich. Sehr eng. Kopfhauer. Sehr eng. Sehr eng. Sehr eng. Kopfhauer. Okay. Hatte ich heute morgen. Was sehr eng? Sehr eng. Kopfhauer. Boah. Sie hat das heute sehr eng. Was? Damit ist der Stream offiziell FSK 80 da. Boah. Der Zwerg fangt schuld. Und dann bin doch nicht immer ich schuld. Das ist der Zwerg. Genau. Du hast es ausgesprochen. Er hat es aber anders interpretiert, als ich gemeint habe. Oh, eine Höhle. Oder wie? Ich habe nichts gesagt. Das hast du gesagt. Ich habe nichts gesagt. Es bleibt auch noch die Liebe. Gavi, der Hauptmann hat Schuld. Siehst du, sag ich doch. Ja. Jawoll. Marmelade. Genau. Käsebrot. Oh, lecker. Und Eisen dran. Jawoll. Dolphi Kisch. Warte mal. Erstmal das Eisen abbauen und dann holen wir es noch die Diamanten. Dann kommt gleich noch mehr. Eisen. Na, mal gucken, wie viel ist das denn hier? Drei halb Stunden wurden erreicht. Okay. Okay. Ja, ist jetzt oder so bald Schluss, dann ist es schon halb zehn. Wie gesagt, halb zehn, viertel vor zehn, hatte ich gesagt. Das ist Feierabend. Ich möchte ja auch nicht euch die Zeit nehmen noch zur Besprechung. So. Juhu. Wunderbar. Jetzt haben wir acht, jetzt haben wir schon zwölf Diamanten rausgeholt in der Zeit. Käsebrot ist ein gutes Brot, ja. Das ist richtig. Käse. Das ist immer sehr lecker. Was war da gestern noch? Jessie hatte doch irgendetwas mit Käse. Hm? Ach, du meinst, dass ich die Schimpfwörter alle mit Käse ersetze? Und was war da mit Ceron in der Kombination? Ach so, Harzer Roller. Harzer Roller, jawoll. Genau. Das war aber Cedric. Ja, das war ich nicht. Cedric hat gesagt, sie hat aber nur sein Harzer Roller. Ein harter Roller. Ne, auch einer. Ja stimmt, Ani ist auch eine Harzer Roller. Eine Harzer Rollerin. Sie hart ein bisschen, aber ansonsten ja. Was? Machst du lange du willst, ich schau gerne zu und hab auch noch Zeit, schreib da aus. Okay, Ceron. Dann mach mal weiter. Und noch einfach ohne Lein in den Tee. Wir wollen mal nicht. Das ist die richtige, genau. Ja, wollen wir wohl. Ich sage nein, wollen wir nicht. Das ist gelogen. Na schon. Und Lügen schau mal nicht. Nee. Lügen haben, äh, Harzer Beine. Kurze Beine. Ach so, so ging das. Ja. Ich nehme noch so viel Kiech. Sunshine hast du da nicht ausgeleuchtet? Fragezeichen. Ich hab keine Fackeln zum Ausbild. Ich hab die Fackeln in der linken Hand, damit, äh, damit zäh genug ist für den Stream. Ach so, äh, wenn du, äh, wenn du rechtsklick machst, dann kannst du die setzen. Ja, aber ich hab hier nur zwei Fackeln. Ach so. Ach so. Ach so. Das ist das Geheimnis. Ja, das geht nicht, dann müssen wir das anders machen. So. Was Ceron sagt, Harzer Rollerrette nennt man das dann in der weiblichen Form. Ach so. Rollerrette. Rollerrette. Jawoll. Gut an. Nimm die Ani so, dann sind wir ja zufrieden. Genau. Fällt mir. Oh, noch Rente. Klingt nicht schlecht. Da kommt noch mehr Kies. Da. Was haben wir denn jetzt? Wir haben... Kohle haben wir, Eisen haben wir, Dias haben wir, Redstone haben wir. So. Und das haben wir. So. Cedric, was, wo bist du eigentlich gerade? In einem Strip-Meingang. Hast du schon was Wertvolles gefunden? Im Strip-Shop. Ja. Redstone, ganz viel Lapis. Okay, dann würde ich mal vorschlagen... Jetzt rechts. Ich seh's gerade. Du gibst mir mal deine Sachen und ich geh nach Himmelsstern und lad das Ganze mal da ab, bevor irgendeiner von uns beiden stirbt. So, wär schön. Da muss ich erstmal nach der Linse kommen. So. Schön Gold. Oh ja. Oh ja. Gold. Gold, gold, gold. Am München, meinst du? Hast du noch was? Oder was ist das? Das ist Eisen, aber da muss ich mir gerade noch eine neue Spielzeit machen. Ah, okay. Ja, das behalte euch. Damit du was hast zum Abbauen. So. Mein Essen. Wo hab ich denn mein Essen? Da, die Stecks. Sollen wir jetzt die Linie richtig, die du da ziehst? Ach, ich muss noch eine abbauen. Verdammt. So. Hm. Wo war jetzt die Tür? Wo war die Tür? Da drüben war die Tür. Was wichtiges? Holzschwätz. Ne, das brauchen wir nicht. Warte, dann hab ich ja hier schon wieder einen zu viel ausgenommen hier. Das muss ja gar nicht was. Muss passen, ich hab Alzheimer. Ich hab's vergessen. Tja. Was machst du denn hier? Ich glaub, ich spinne. Das werd ich dir nicht verraten. Wow. Hab ich gemeint. Zack. Gib mir einfach mal einen anderen Punkt. Ich war jetzt nicht böse gemeint. Ich hab's echt verpeilt. Wo, was hab ich denn angesetzt zu erzählen? Weiß ich nicht. Es ging noch um Beate oder irgendwas wegen München. Und dann hat Cedric geredet und dann... Achso, ich hab gesagt, die haben sowas auch, hab ich gesagt. Ja. Jetzt muss ich mich aber ein bisschen beeilen, damit ich zurückkomme. Denn es ist, glaub ich, gleich dunkel, wenn ich das richtig sehe. Der Trick, wo hast du ein Bett? Nein, ich schläft gleich. Ja, ich sag dir, wenn. Jo. Ich muss mich selbst erstmal beeilen, damit ich zurückkomme. So, ich glaube der Weg wäre dann hier rein bis zu dem okay. Weiter rein gehen wir erstmal nicht. Für den Dünngang. Was? Für den Dünngang? Ja, für den... Weiter rein für den Dünngang werden wir jetzt nicht mehr machen. Der Dünndarm bleibt bitte so wie er ist. Ihr seid ein paar Ferkels. Und uns aber immer die Schuld geben, weißt du? Ja, ich. Ja, ja. So, ich steck mir jetzt ne Wiener im Mund. Das ist so? Siehste? Ja. Du hast welche vergessen, Asi. Was habe ich vergessen? Ah, ja. Nein, dann die. Weiß ich schon. Ich glaube, ich hab mein Bett da unten stehen noch, oder? War das nicht so? Das weiß ich nicht. Hm? Ja, da unten steht's noch. Siehste doch. Irgend ins Kirchens. Nein, 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 nein. Nee, in die hab ich jetzt keine Dreisitzung mehr. Oh, ich muss mich wiederholen. Verdammt geaxt. So, Settrick, äh, ich lebe mich gleich hin. Ich zeige dir Bescheid, dann musst du dich kurz auslocken. Ja, hol mal noch Halbstoffel. Was, wie wird's noch? Dann kann ich dir helfen. Nein, nein, noch nicht. Ach, du bist ja auch noch da, Delfino. Ja, das haben wir auch nicht mit. Den hat keiner mit dir noch mehr kennengelernt gesehen. So, ich hab mich ja total vergessen. Sorry. Ja, ja. Nimmst du persönlich, das meint er nicht so. Nee, nee. Er vergisst die Mausseine, die Hilfen, den Hilfen nicht gehen zu kommen. Soll ich? Du kannst raus. Ja, sagt euch mal kurz aus. Nee, geht noch nicht. Raus mit dir. Geht noch nicht, kann doch nicht schlafen. Wurscht, wir sind draußen, es reicht. Ja. Muss lang. Dann geht's ja auch. So. So, 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 so. Geht immer noch nicht. Müsst noch draußen bleiben. Konnte Auszüge sortieren hier. Redstone, das machen wir mal eben zu Redstone Blöcken. Nicht meins, nicht meins. Nicht meins. Nicht meins. Nicht meins. Nicht meins. Nee, die Einzahlung, die ich getätigt habe. Also, bei mir sind wir jetzt angekommen. Nee, also wir haben ja kein Geld. Ja, nein. So, so, so. Ich hab ja auch auf mein Konto eingeladen. Okay, ihr könnt wieder rein. Das ist das falsche Konto. Ihr könnt wieder rein. Ja, ich wollte auch schon sagen. Weihnachtsgeschenke bezahlen, dann kann ich euch das Geld nicht für überweisen. Doch, naja. Wann kommen die Geschenke an? Das haben wir. Wir kriegen kein Geschenk. Das muss gebrannt werden unten in der Schmiede. Du warst mir eben auch sympathisch. Ich denke, die gibt's nur für die Familie. Tja. Sind wir keine große Familie? Genau. Die TS-Familie. Die TS-Familie. Da hat keiner dazu gesagt, dass wir verwandt sind. So, dann einmal alles hier rein in den Industrieofen. Ich schon. Ja. Blöster, das muss gleich noch weg. Hey, das sind Dias. Dias ist sehr schön. Das höre ich, ne? Diamanten. Ach, jetzt weiß ich, wie der Fehler war bei... Geh weg. Da sieht man wieder mal meine Survival-Künste. Okay, das ist aber kein Problem. Okay. Ich hab den Trichter falsch an den Ofen drangesetzt. Der einer muss oben nennen. Ich muss die Seite noch aufbauen. Ja, richtig. Und der für die Kohle muss an der Seite. Ja, das ist meine Survival-Künste. Da sieht man meine Schwächen noch. Ja, ist das nicht schlimm. Dafür gibt's ja uns. Ich war's nicht. Genau. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie ich das... Ja, richtig, 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 richtig. So, warte mal. Oh, nein, ich bin runtergefahren. Ich muss doch mal gucken, wo ich da oben rauskomme. Ja, perfekt. Da komm ich da oben nämlich hin. Mach mal das doch so. Mach mal doch die Befüllung von oben einfach. Genau. Da. So. Ich bin gar keine Tiegel mitgebringt. Wenn ich mal noch ein Schild dran setze, dann ist gut. Dann passt das Ganze doch schon wieder. Die müssen natürlich raus. So, jetzt geht das Befeuern auch schon los. Ich glaube, ich fliege gleich wieder. Hast du noch Fackeln? Sechs Stück, ja. Gut, das brennt der. Darkseid. Danke sehr. Die Diamanten oben in die Trüe. Oh, Fasca ist weg. Fasca ist weg. Fasca, ciao, ciao. So. Ganzen Stein mal abladen. Im Spiel ist er noch drin. Warte, er fliegt doch nur am TS immer. Da ist er wieder. Guten Tag, Kassel. Willkommen zurück. Ich liebe diesen PC. Schaltet einfach ab. Dann höre ich wieder, habe ich wieder keinen. Und jetzt schmeißt er mich raus aus dem TS. Und dann zack, gleich danach wieder drin. Was willst du denn? Gelettomane. Gel-stein-ne-stu-fen. So. Ich habe die hier. Teil hier von. Teil hier von. Ich kämpfe mich mal zu dir. Wen haben wir denn da? Bergen. Was? Danke. Jetzt haben wir anscheinend jemand, der hier Werbung für seinen eigenen Kanal macht. Jawohl. Kenne ich leider nicht. Name? YLP. Kenne ich nicht. Wird sofort wieder rausgespielt. Das hat sich nicht bei mir vorgestellt, kenne ich nicht. Ja, raus damit. Das darf nur ich. Echt? Ja. Der ist weg. Der oder die. Werbung hier brauchen wir nicht. Jetzt, da wir das mal vorwarnen können. Diorid. Diorid. Dynamid. Diorid. Diorid. Diorid, genau. Diorid. Diorid. Was für ein Klischee? Das muss noch weg. Das reimt sich. Habt ihr schon wieder Diamanten gefunden? Gut, ne? Nö. ich habe gesagt ich warte ja ich ziehe ja baue selbst bitte mal ab ich kann momentan nicht nennen die bleiben da komm mit einer behutsamkeit zurück ich hab leider keine behutsamkeit ist doch alles eben draufgegangen ich bin noch einmal gestorben leider und ich habe schon mal nicht kann und das ist aus vergessen zum mitnehmen zum abnehmen ich bin auch gerade am sortieren mal hier also bau ruhig ab ok anbauen ab die vier die vier stück das ist erst mal sortieren ich muss erst mal platz schaffen ich muss unbedingt die also ich brauche unbedingt behutsamkeit um die ender truhe abbauen zu können damit die einen richtigen platz kann der tun werden überbewertet ja so eine ender truhe ist schon was tolles weil wenn es die erste ender truhe ist freut man sich besonders drüber die schönen magma blöcke die endeloren dann haben wir hier ganz viele erde rüstung das ist schön war gespannt ob es irgendwann auch rüstungen für lamas gibt also nicht nur die teppiche bringt ja nichts weil du ihn reiten kannst ja trotzdem zum schutz dann bräuchten wir aber auch welche für schweine zum beispiel auf den kannst du auch mit dem sattel drauf ja gut da ist auch recht wieder und da brauchst du die angel noch dazu das geht es ja auch nicht ich bin viel zu übereifrig ich weiß mir mal dein ganzes loot zu ich muss je wieder hinter fragt hast du schon die neuen truhen aus die neuen truhen ach du meinst die schalker box den rucksack nein habe ich leider noch nicht denn ich war noch nicht im end um daran zu kommen muss man ja erst den enddrachen besiegen dann öffnet sich ein neues portal das kennst du ja mit sicherheit da liegt noch was ja ich bin froh damit immer bitte kurz ein ich komme ich wieder soweit war ich leider noch nicht dankeschön die kannst du ja auch in esel reintun das so unendliche unendliches im hinteren nicht ganz unendlich aber ja ein teil ja weiß was du meinst da muss ich denn hier noch alles für ein kram das muss wieder rüber den rucksack der ist wirklich großartig den neuen den sie da reingebracht hat die schalker box deutsch rucksack deutsch ist auch gelogen also von vielen youtuber wird er als rucksack bezeichnet ja ich weiß du hättest gern lieber wie heißt deine ganzen mods ich weiß aber ich bin kein mod fan ich bin auch kein mod fan aber es ist nun mal einfach praktisch einen richtigen rucksack zu haben den du nicht ständig aufbauen musst um ranzukommen sondern einfach eingreifen kannst ja ok das muss nur angepflanzt werden wegpacken kann gerade immer wieder holz hin so na so so ich wollte eine spitzhacke machen jetzt weiß ich auch nicht mehr her gelaufen bin so ich glaub die kann man mal verhökern bei den dorfbewohnern die schönen zombie lebern da gabi sagt schönen abend noch an ja machs gut schau äh einmal bitte schlafen legen bzw. auslaufen mach ich fertig na klar okay ich hab mich verbaut na toll so was willst du dich jetzt beschweren bin zwerg bin schwer genug woher mich denn ein geistlichen hier war doch irgendwo auch ein geistlicher können wir wieder drauf da wunderbar gib mir mal den smaragd genau sehr schön geht schon wieder ich glaube schon ihr könnt wieder rein ja 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 aber er sagt nix ja weil ich grad schrecklich mal er rennt lieber den geistlichen nach er hofft sich mehr wissen zu bekommen er hofft sich mehr wissen zu bekommen hm hm flixt hm hm langsam tru füllt sich hier die schatztruhe extrem was brauchst du noch an anderen materialien zum bauen noch ein paar steinziegel äh ich glaub ich hab jetzt noch 62 so halt jetzt kommt mit erstmal der Ofen befeuert endlich in der Schmiede das kann ich erstmal wieder abbauen so komm her jetzt aber so euer Zeug dabei ne hab ich nicht dabei kein Problem aber gleich im zweiten Rutsch ich hab übrigens eigentlich nur eine Reihe abbaust so das ist echt hoppala wie weit seid ihr denn da unten gesundheit ne wir brauchen noch die andere Ecke noch hin weil ich würd dann jetzt aber gerne um 10 Uhr Schluss machen denn ich hab noch was anderes vor heute abend das ist doch das sieht doch kein ja eigentlich hast du recht ja eigentlich hast du recht deswegen würd ich dann euch bitten so langsam zum Ende dazu kommen hast du auch recht ja und die Level die ihr habt noch in Bücher umzusetzen wenn's denn machbar ist ja so dann müssen wir noch anzünden so zack 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 ihr wisst den Weg hier zu mir oder muss ich nicht abholen du hast dich ja völlig versetzt gebaut ne ich hab keine Minimap ja aber Cedric hat oder ich hab Minimap ja ja dann folgt dem Cedric und blimp das passt das ist ja gar nicht ich hab einfach vorne an der Ecke ich hab einfach vorne an der Ecke nö machen wir jetzt so und dann bist es hier ein bisschen anders da dann muss ich das bisschen kaschieren an der Ecke ach hier muss ja auch noch dann lass mal das Ziel bestehen die machen wir nicht weiter oder okay doch mach mal den noch und den Rest noch auf nein die Kohleblöcke nicht aber das ne andere Ecke rein ne ungleiche ne ungleiche hello du kannst die 0,045 Video ja ON塑 ja dann r genommen jungen meinst du mich jetzt ja ich habe innen drin der verkleidung als führer ins bürkenholz das könnte sein dass das brennt ne nein kann es nicht das ausgeschaltet ist ausgeschaltet genau okay ob vorher kann sich nicht ausbreiten ist ausgeschaltet sonst hätte ich das ganze nicht so gebaut aber dann geht es sich danach mal dass du die gedanken wäre ja schade tropfen das haus ab genau hast du recht da das goldschirr jetzt ich überlege gerade was ich hier hinten machen also jetzt ist die truhe aber echt voll so eine art saal ausheben so ein empfangssaal wo die alle sitzen gut macht ihr euch auf den rückweg dann zu mir ja das aufnehmen mal die steinziegel und hau die mal hier in den seiten bis oben hinzu dann ist das hinterher etwas abgesetzt aber dann haben wir eine gerade kannte jetzt erstmal alles da rein das kommt woanders hin das brauche ich wieder wir haben wir 1,2,3,4,4,6,7 so wenn wir das jetzt ein bisschen verändern das heißt wo ist meine frau geblieben ist nicht hier ist nicht da ist wohl in amerika gar nicht was denn spruch denn her kennt ihr den nicht wie Ani den haben wir früher viel gesagt ja weiss du Ani ist ja Opa Zier und ist ein Statoeingang oben Delfino ziehn runter ziehn runter schnell schon ein halbes Leben hinter mir und ich bin heute nicht mehr die Jüngste ach so Na, geschieht was? Na, muss man sagen. Der Phino zieht runter. Schnell. Schnell, los. Nicht, dass er gerade noch beschäftigt ist. Genau. Derot kennt den Spruch, siehste? Ich kenne den Spruch, ja. Genau. Der Sonnenschein ist ja heute auch der Jüngste. Ich weiß gar nicht, Cedric, wer alt bist du? Ich bin nicht der Jüngste hier, nein, das bin ich nicht. Ich bin 19. Na gut, dann ist Cedric der Jüngste. Okay, wie alt bist du, du Sonnenschein? Ich bin 21. Oh, warum bin ich heute die Jüngste? Jetzt sagt, wenn du jetzt sagen sollst, ich höre mich jünger end, danke fürs Kompliment, aber das weiß ich bereits schon. Es sei nicht die meisten. Ich wollte es sagen, 16 Auer, okay. Ja, nee, ich bin aber 21. Trotzdem danke für Kompliment. FSK 18 sind streamen eher schlecht, weil er müsste sich selber rausschopfen. Opa Zera und ich bin der Jüngste. Ah, ich weiß nicht, ob wir das durchkriegen. Wir drehen es um einfach, die Reihenfolge. Ich bin dann die Älteste, wenn man mal nimmt. Ja. Das ist wohl wahr. Bei Anni und Dreh ist es nicht schwer, wir haben ja bloß zwei Möglichkeiten. Quatsch, Quatsch. Nee, Anni alleine, du bist ja kein Mädchen nach Zürich. Okay. Du machst mich wahnsinnig. So, wo seid ihr denn inzwischen? Ja, dafür bin ich ein Mann. Wir sind leichter. Dann wäre ich da, okay. Jetzt hier drei rein. Aber was so schön ist, wenn ich keine Lust auf dich habe, dann gehe ich einfach, wenn du mir die Nerven gehst. Wenn ich jetzt mit dir verheiratet oder so witzig, dann müsste ich dich ja trotzdem mal tragen. Du bist ja geistig gesehen, schreibst du. Du bist ja geistig gesehen. Nee, da wäre ich mir nicht so sicher. Nee, 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 nee. Das sind, also das Maximale an, dass ich komme, sind fünf. Wie, für ein bisschen satinisch, ich will ja keine Großkisten haben. Ach so. Bei dir. Da brauche ich denn die Erde, dadurch die ganze Erde. Bei mir. Der, wie du hast noch mal schaufeln? Ich hatte hier vorne reinkaufeln. Ja. Oh, ja, schau mal so, wie ich das gerade hier habe. Stimmt, danke. Erde, Erde, Erde. Machen wir erst mal frei den Rest und dann gucken wir noch mal weiter. Wir sind so eine halbe Ovalis oder DIN-Stein, machen so als Thronsaal. Da mal reinhauen. Ich bin nicht irgendwo genau, hier hatte ich den ganzen Kram doch. Oh ja, kann man gleich am Weg anbinden, ey. Ja. Weil es tun wir nach unten zu Minion zurück. Wer seid ihr denn? Wir sind jetzt wieder in der Stadt. Wir haben den Weg zur Mine mal mit dem Trampelfahrt versehen. Mit dem Trampelfahrt, okay. Aber das ist ja nicht schlecht. Aber das ist ja provisorisch, genau. Ich gehe mal zu dir. So. Ich gehöre mich mal zu dir. Ja, wunderbar. So. Was habt ihr denn noch rausgekriegt aus der Mine? Ne. Ne. Äh, das. Da, 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 da. hatte ich will er jetzt wieder haben also ich habe mein Bogen wiedergegeben den kannst du behalten, Cedric, der war für dich der Phino muss ihn abgeben ja weil das ist mein Bogen gewesen, den ich ihm gegeben habe ich könnte noch behalten, dafür gewichtete die Diamanten okay, dann machen wir den Deal halt eben so die Diamanten und du kriegst noch eine Menge Redstone ich glaube, der kann nicht mehr aufsammeln, gib mir mal ein bisschen Bruchstein und das kann schon in den Vekor einziehen und Eisen und Gold du musst das weiter wegwerfen, sonst ist das alles wieder selber auf nö, nö, er hat alles, er sortiert gerade nur ich sortiert nun mal, Cedric er hat deine Steine, die er nicht braucht so Cedric, die Steine kannst du kommen mit dir nach hier drüben, die tun wir hier rein jetzt wird es auch dunkel, sehe ich gerade, Freunde das ist doch eh gut, du wolltest eh Schluss machen ja ja, aber wir machen noch einen schönen, wie heißt es denn, schönen Subnay gemeinsam ja, man steht mit dem Schaden unten das war nicht vom Tor ja, nehmt euch mal die Betten mit, damit die die mal habt im Inventar falls er wieder mal hier auf die Welt kommt, das wäre glaube ich ganz sinnvoll, oder? ja, je, da wo sind die Truhe jetzt ja voll? ja, die Koppelsteintrohe sind voll da hier drüben hier und einmal bitte kurz auslocken mein Bett ist ja drüben hier, äh, wird mein Bett aufgebaut wird mein Bett aufgebaut dann nimmt das Bett hier, nimmt das hier aber lockt ich erstmal aus dann krieg der gleich ein Bett von mir nochmal so, ich leg ernsthaft? ja, wird das Bett aufgebaut komm bitte zu mir, komm rein so, Davey, du hast ein Bett? ich hab ein Bett, ja gut wo ist denn? hier ist Cedric, hier ist dein Bett, bitte so, ich hab ja meins so, hier ist Steintruhe ja so, erstmal RedStorm wieder verarbeiten und dann machen wir jetzt aber auch gleich hier Schluss wirklich Schluss dann ist Feierabend für heute Feierabend wieder stuft denn kräftig, deftig, hört sich gut da auf die Tisch so so, einen Moment bringt das grad noch weg und dann machen wir noch gemeinsamen Screenshot und dann ist Feierabend Feierabend dann bedanke ich mich auf alle Fälle schon mal für eure tolle Mitarbeit, für eure tolle Leistung ja, immer wieder gern, weißt du und wie gesagt jederzeit wieder solange die Bezahlung passt, kommt immer die Bezahlung hast du ja bekommen in dem Fall, du hast den Bogen gekriegt richtig guten Bogen von mir das ist richtig und ich hab ne Goldhahnisch das passt schon das passt schon der Hauptmann wurde entlohnt Cedric ist ja so gekommen der braucht nichts ja, genau so seh ich das auch nicht wahr Cedric? oh yeah ja schlägt den den Bürgermeister ey, wir wollten noch verzaubern oder? ach ja, genau, komm, verzaubern wir noch die Level die haben wir vergessen genau, verzaubern noch noch gemeinsam verzaubern ich glaub ich muss wieder neue Bücher da mal grade machen na sonst mach doch erst den Screenshot damit er den Stream jetzt beenden könnte und dann können wir ja genau, machen wir das wir machen es im Stream gut, dann wollen wir es im Stream gut aus, fertig aber dann ist mal wirklich Feierabend und alle einzeln nicht hintereinander weg ne, immer schön mit der Ruhe genau erstmal noch einen Tee trinken ja, anders geht es auch nicht als, als, als einzeln dann ist aber wirklich Feierabend hier mal ah, die Schatztruhe ist schon ordentlich gefüllt ja, die Schatztruhe ist sehr gefüllt uh, da ist ja einiges drin, ne? Rückstoß oder Schutz? rückstoß! kling kling ach, alles jetzt rein damit rein damit habt ihr noch genügend Bücher oder braucht ihr noch welche? warte, jetzt haben wir noch Bücher? die hat das selten, oder? äh, drei Bücher waren drin die habe ich jetzt gerade verzaubert ich habe Feuerschutz bekommen ok, dann bräuchten wir noch ein Buch zumindest hat jemand noch Leder? nein, ich habe keinen Leder hier ist Leder drin, 34 Stück wo? wo 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 wo? in der Truhe oben, äh, links dritte Zeile da ist Leder, gut, dann mache ich gerade noch ein 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 da ist schon wieder einer mit Werbung auch nicht schon wieder ab dafür du brauchst ein Bot da wurde blockiert erledigt er braucht nur Moderator quasi der alle kickt da muss aber dann auch bei jedem Stream dabei sein ja, den habe ich nicht dann braucht er vermutlich zwei, damit er immer welche im Wechsel hat hm Delfino? ich auch, was ist los? ich bin hier, du bist da ja ich stehe gerade mal Papier noch schnell her das ist ja ein Auftrag zu erledigen Auftrag das ist denn jetzt schon Geräusch ich höre es auch sind die Klüfte der Kopf hat fast gehört Mann immer auf den kleinen Dicken ich rufe jetzt hier auf ich brauche Unterstützung alle Zwerge an die Macht kommt jetzt ganz schnell ich bin nur alleine das schwere dich nicht ja, ich bin schwer genug, ich weiß aber musst du doch rumhacken warum baust du mich jetzt runter? ich brauche nur ab ich brauche nur ab wenn du da stehst, dann kann ich ja nix so Freunde, wo seid ihr? beim Versauerungstestes ich hab mich abgewollt, dachte ich will die Kohle noch mitnehmen und dann macht sie sich selber schon runter ja, ja, so sind sie die Damen kompliziert, kompliziert oh, am so 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 ich hab hier 30 Bücher hergestellt das muss reichen das reicht locker wir steigen schon an die Decke ich bring euch die Sachen bleibt mal vor dem Verzauberungszustehen das ist schön, groß sei noch viel schöner so hier ist noch Eisen wo seid ihr denn? ach da gut einmal zuhause bitte wenn er darf ich seh nicht, hier oben ist so dunkel mach dir Licht dann testen wir mal baut rein gibst du mir die Hälfte der Pheno? sind alle weggehauen schon? okay, doch meinst denn das sind die Verzauberungsbücher Moment äh, hast du das jetzt wieder? ja, hast du siehst du jetzt wieder was? ja, wa? bisschen ich könnte zaubern du hast es immer noch Federfall 1 oder Effizienz 2 Federfall hast es immer noch der Pheno? äh, ich meine das hier mache ich so wenn du sicher die Hälfte jetzt hast ja ne ganze Kiste voller Dünchen die Woche für nächstes Jahr Dezember hm 24 Stück lang macht er hier Adventskalender drauf ist Stärke 1 oder Stärke 1 und vielleicht noch was? Stärke 1 und vielleicht noch was Nervous das ist nur Stärke 1,2 das ist ja beschiss ich bin leer gut siehst du so ist ja mal selten, dass Cedric leer ist na wirklich, sonst ist er immer voll ganzes Bücher, da kann man einiges mit anfangen ja so naja und was haben wir hier Federfall 1 klack haben wir immer brauchen das ist ja seltsam, du kannst schon mal nach unten gehen vor das zukünftige Rathaus ja kannst du mal hier ne Fackel aufhängen wenn du willst hier in der Ecke hier, ja da da war die Rache Hütte dich Hütte dich da fertig so ach man, ich kann nicht mit Bogen sein ich meinst du mal die Bücher, dann kannst du es dir anschauen ja wenn ich das hätte jemandem Weg stellen würde ich hab die Fackeln nicht auf Platz, ja also einmal zweimal, dreimal viermal, fünfmal sechsmal, siebenmal schön schöne Bücher das ist echt schön, wir haben eine ganze Doppeltruhe voller Bücher sehr gut, jetzt passt nichts mehr rein jetzt passt nichts mehr rein, jetzt muss die Endertruhe sogar mit den Büchern gefüllt werden da will ich die Spezialbücher, die teuren rein tun ja ja, das kommt dann alles, ich muss die da mal so oder so umstellen, wenn ich Behutsamkeit habe so, dann macht mal zu, kommt raus, Cedric bist du schon draußen? Autsch das war die Brauerei, ich bin in uns falsch ausgelaufen ja, wir können uns doch vor die Brauerei stellen, genau, stellen wir uns doch vor die Brauerei na gut, Brauerei genau da oben auf den Dings da ja, stellen wir uns doch da oben, genau stellen wir uns oben rauf und halten eine Räder zur Anlage der Nation mal das ausschalten ein Moment da warte mal den Helm noch abnehmen, nicht vergessen, Jungs stimmt aber die Goldrüstung muss schon sein ja, die darfst du auch wie bitte? so, seltsam geschossen, die falsche Richtung genau so, einmal bitte lächeln Tschüss 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 Moment, noch eins, Moment jetzt nochmal Moment, die Belichtung war nicht gut so, Tschüss gut, okay, wunderbar passt erledigt 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 so, okay, dann verabschiede ich mich jetzt von euch allen danke, ciao sage vor allem vielen, vielen Dank für die tolle Unterstützung heute wieder und ähm insgesamt 15 Blöcke von hinten, wo die Fackel steht, bis drüben 15 Blöcke Sonntag gibt's vielleicht wieder ein streamer, indem ich die Zeit habe, ansonsten ein langer Sonntag genau ja, dann sag ich tschau und wir sehen uns wieder bei nächster Gelegenheit ab Dienstag kommt ja die nächste Minecraft Folge macht's gut, Tschüss Tschüss so, das war's ist erledigt wir sind raus, ihr dürft wieder offen reden so aber ihr dürft erst auf regen wenn ich mit der aufnahme und die muss ich auch noch werden ja also dann ciao oben rechts nicht infocard vergessen wir haben bisher hier vier stunden sieben minuten durchgehalten und oben rechts wie gesagt zum abschluss genau ja genau runter geregelt